Sowas ähnliches wie ausgeschlafen. Ich glaube es waren 5 oder 6 Stunden. Ja, ich werde zwischendrin wahrscheinlich nochmal eine LP-Pause machen. Es sei denn, es ist irgendwie zu spannend, aber ich versuche dann noch einen Mittagsschlaf irgendwie reinzubauen. Also Mittagsschlaf heißt irgendwie 14 Uhr oder so, keine Ahnung. 14, 15 Uhr, bis halt die Arbeit losgeht so, ne? Ja, ansonsten muss die Destina sich ja weniger stressen. Die muss ja jetzt nicht mehr so reinpowern und jeden Tag arbeiten. Was ich noch machen wollte, ich habe mir das bei der lieben Uli abgeschaut. Mit dem Meta-Schutz, mit dem Bildchen vor dem Handy. Das habe ich soweit eingerichtet, da muss nur die Bildschirmposition, die muss ich einmal kurz noch einrichten. So, das müsste jetzt aufpoppen, wenn ich es hoch setze. Genau, Handy hoch. So, und jetzt muss ich einmal das Bild irgendwie halbwegs noch richtig draufsetzen. Und das ist schwierig, weil der OBS-Bildschirm an der Stelle so klein ist. Ja. Ja. Ja, muss man selber im Stream kurz gucken. Ich hatte doch, ich hatte doch den Browser auf mit meinem Kanal. Habe ich nicht? Doch. Hier ist mein Kanal. Einmal hier auf Vollbild und noch ein bisschen fummeln und das geht ganz schnell. Ich habe leider die Seitenränder nicht Dingens bekommen. Wie sagt man? Äh, transparent. Das habe ich irgendwie noch nicht rausgefunden. Äh, aber wenn ich das, also wenn die Bildgröße soweit passt, dann, ähm, dann ist es ja in Ordnung. So. Ups. Jetzt habe ich es ganz ausgemacht. Ich dachte, ich könnte mit den Pfeiltasten, kann man, äh, na gut, die Pfeiltasten sind halt der Hotkey auch im OBS, dass der das Bild aus- und an- und ausschaltet. So sieht doch ganz gut aus. Lock. Lock. Und Handy runter. Achso. Bild aus, Bild an. Okay. Ich bin ja im Stream. Den muss ich natürlich jetzt wieder abschalten. So. Erinnerung, Feedback ist klar. So, jetzt habe ich mein Handy im Spiel offen und ihr seht es nicht. Ich habe mein Handy runtergemacht. Jetzt seht ihr es. Jetzt ist das Bild wieder weg und dann kommt das Bild wieder. Okay, cool. Ich kann aber, glaube ich, noch, warte, es gab noch so Ein- und Ausblende-Animationen. Handy. Äh, war das Bild-Eigenschaften? Nee. Überblend-Modus-Addieren? Äh, nee. Überblend-Methode, Standard. Überblend-Modus. Aufhellen. Achso. Nee. Überblend-Modus. Normal, würde ich sagen. Oder? Überblend-Modus. Ich muss ein bisschen spielen, weil ich das jetzt natürlich erst im Stream so richtig testen kann. Addieren. Okay, da sieht man wieder die Hälfte durch. Äh, multiplizieren. Ach du Scheiße. Haha. Überblend-Modus. Äh, abdunkeln. Ach, ey. Nee, das sind komische Effekte, dann wird es so halbtransparent. Dann ist aber der Effekt weg. Es soll ja dem Meta-Schutz dienen. Deswegen. Einmal auf Normal. Aber gab's nicht. Zeigen, Übergang. Ah. Äh, Swipe. Richtung. Oben. Hoch. Swipe in. Übergangsvorschau. Aha. Ah, ja. Okay. Und. Äh, wie nannte sich das? Versteckenübergang. Swipe. Runter. Swipe. Ja. Okay. Oh, runter. Aha. Oh. Ja, geht aber schnell. Aber kann ich nicht langsamer machen. Scheiße. Runter. Oh. Ja, das ist mega schnell, aber na gut. Was soll's. Passt. Soweit, so gut. So. Wir wollten ein bisschen mit der Safe-Zone kochen. Und ansonsten machen wir einen gemütlichen, bis halt Arbeit losgeht. Heißt, ich gucke jetzt auch ins RDP, wann wir uns heute treffen. Okay. So, zur Hälfte und Sonnstag hatte ich ja nix eingetragen. Genau. Montag wieder früh. Montag, Mittwoch, Freitag früh. Ja, Dienstag. Nochmal eine Runde mit Gwen. Ja, Kiki hat ja erzählt, dass... Nicht Kiki, Quatsch. Gigi hat ja erzählt, dass die Gwen noch ein bisschen mehr Präsenz zeigen muss. Vielleicht krieg ich sie motiviert. Wir machen ja auch Kochkurs zusammen. Und dann arbeiten wir am Dienstag wieder zusammen. Und ich hab's jetzt... Ich hab's ja der Gigi nicht gesteckt, aber die Gwen meinte ja, es nervt sie so ein bisschen, dass sie bei der Safe-Zone so wenig verdient. Deswegen... Ja, ich will ja jetzt auch nicht die Kollegin da raushauen, so in den... Das muss die Gigi für sich entscheiden. Also ich bin ja auch nicht der Typ, Mensch, der Kollegen schlecht redet oder so. Also ich werde ihr das jetzt nicht stecken von wegen... So. Wenn die Gigi das entschieden hat, für sich, dass die meint, das ist nicht so... Und wenn sie mich fragt, dann vielleicht erzähle ich ihr das auch, dass sie sagt, ja, sie verdient halt wenig so. Aber, ja, keine Ahnung. Ich will halt auch nicht lästern. Ich hab gesagt, ich mach keinen Dräumer und ich mach auch deswegen tatsächlich keinen Dräumer. Insofern... Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag... Ja, viermal Safe-Zone. Safe-Zone ist entspannt. Sally's ist richtig stressig teilweise. Diese Events, wo so viele sind und dann mit Open-End, das ist ekelhaft. Ekelhaft. So, also ich hab jetzt... Ich muss das nochmal irgendwie für mich sortieren. Ich hab jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Also alles außer Donnerstag und Wochenende. Hab ich Safe-Zone früh. So, und dann mach ich... Alles außer Donnerstag ist Safe-Zone. Das heißt... Genau, diese Woche, Montag, Freitag, nur bis 22 Uhr, hab ich dazu geschrieben. Weil ich jeden Tag Büro hab im Real Life. So, normalerweise würde ich von Dienstag auf Mittwoch... Also da ist Homeoffice, da ist es okay, wenn ich... Also da bin ich ja direkt... Ich hab ja keinen Arbeitsweg, wenn ich Homeoffice mach. Deswegen kann ich da ein bisschen länger machen, normalerweise. Ich würd mich so einpendeln, dass ich Sally's Dienstag und Donnerstag und Freitag mache. Einfach weil da jeweils die Homeoffice-Tage dahinter sind, beziehungsweise das Wochenende dahinter ist. Das ist in Ordnung. Ähm... Genau. Ansonsten... Passt das ja. Also Safe-Zone mach ich dann am Donnerstag gar nicht. Und dann hab ich im Prinzip dann entsprechend Sally's mit Lola zusammen. Das wär ein Träumchen, wenn ihr alt wie dann wieder funktioniert. Ähm... Ja, da hab ich schon Bock drauf mit Lola zusammen. Ansonsten wär ich einmal mit Derrick. Und... Hier wär ich mit Angel. Da muss ich Freitag in Telefon ändern, weil die wollen ja, glaub ich, nur zwei Kellner haben. So, mit Angel. Warte mal, dann ändere ich bei Freitag auf Schicht-Telefonchen. Emoji kopieren. So, Schrägstrich. So. Ups. Das ist natürlich nicht Angel, ich heiße Stina immer noch. So. Ja, keine Ahnung. Oha, jetzt hab ich die Uhr gekillt. Scheiße, Steuerung Z. Äh... Ja. So. Speichern. Machen wir mal so. Genau, weil dann machen die beiden Service, aber sie kann erst ab 21 Uhr, dann würde ich 20, 21 Uhr machen und dann, ja, kleinere Aufgaben. Keine Ahnung. Ähm... Also Bereitschaft. Genau, das ist ja irgendwie die Bereitschaft zur Schicht und das ist irgendwie Bereitschaft für kleinere Aufgaben. Also das ist Bereitschaft Kellnern und das ist Bereitschaft Lieferung annehmen, kleine Aufgaben. Ja, genau, das sieht doch ganz gut aus. Ähm... Ja, hier sind die Palmen jetzt nicht ganz in einer Reihe. Das ist schwer, die Ganze in einer Reihe perfekt zu setzen, ne? Ja, ich arbeite jetzt im Text mit Pfeiltassen, das Bild ploppt hoch und runter, das ist halt so. Das ist halt auch der Hotkey für OBS gleichzeitig, die Pfeilt hat da. Keine Ahnung. Ich bin noch nicht wach genug, als dass ich das jetzt irgendwie ganz gerade hinkriegen würde. Das sind fünf Servicekräfte und zwei Küchenkräfte. Das sind sieben, neun. Ja, die Ellie, ey, du darfst doch kein RDP-Kram labern. Ich so, ah, die arbeitet bei der Safe Zone, die ist cool, wir sind Partner. Ja, mir ist die Schweigepflicht bewusst, aber Sally, Siesta und Safe Zone sind so dicke miteinander. Ähm... Das ist okay. So, jetzt habe ich es halbwegs sortiert, richtig, richtig. So, was steht jetzt heute zum Event? Teammeeting Dienstag 27. 27. 27. 26. Warte. So, das hier. Kopieren. Das hier übertragen wir in einer Notiz. Und dann kann ich das Datum abschreiben. So, Dienstag den 27. 19. 1945. 19. 1945. Äh... 30. So, 30 Minuten vorher. Sehr gut. Sally's Team Meeting. Haben wir. Es gab einen Eric, den will ich bei den Nachbarn noch erwähnen. Das war so ein blond, der war auch so ein blonder Eric. Äh... Blond, Kurz, Haar. Ja, der hatte mich angequatscht bei dem, wo dieser Unfall, dieser Einsatz bei uns vor der Tür war. Habe ich gefragt, wie sein Name ist. Habe ich damals noch nicht notiert. Blond, Kurz, Haar. So, äh... Äh... Konto ist klar. Ja, Feedback, Thai. Ich dränke dran. Ich versuche dran zu denken. Kochkurs war jetzt definitiv um 17 Uhr. 17 Uhr... 17 Uhr... Jetzt ist mein Headset ausgegangen. Okay. Ähm... Ja, weil kein Ton rauskommt. Dann schaltet das ab, um Akku zu sparen. 25.06. 17 Uhr war das. So, Pole Dance Kurs mal irgendwann im Juli. Tauchkurs, Gibild, Fahrzeug habe ich notiert, Turbos, Habe ich nicht. Notiert, Venture Pages. Äh... Dr. Bonnie Lexing. Ja, Dr. muss ich auch irgendwie langsam mal wieder hin, ey. Äh... 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 Joa... Spannende Notizen, alles klar. So, dann... Safe Zone. Wer wollte mitmachen? Enja. Richtig? Enja, genau. Dann schreibe ich doch glatt mal auch Enja. So. Hihi. Jetzt muss ich euch gar nicht vorlesen, was ich schreibe. So, Enja, ähm... Ja. Enja ist klar. Dann kann ich Angel... So, guten Morgen. Und... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn du magst, also wann du magst, bin eine Weile bei der Sales und Kochen und nehmen sie dann mit, danach wieder... So, spätestens zur Arbeit kann ich sie dir geben. Passt. Nächste Frage. Hat der Kochkurs nochmal geantwortet? Ja. Aha. Aha. Natürlich ist es in Ordnung, wenn jeder selbst überweist. Okay. Dann stelle ich das auch in die Gruppe. Kochkurs. Gut. So, dann schreibe ich den Mädels nochmal die Kontodaten. Ähm. Ähm. Ja. 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 So, bitte heute daran denken, bis 17 Uhr zu überweisen. 4400 Dollar an Konto so und so. Verwendungszweck euer Name. 25.06.17 Uhr. Okay. Haben wir. Hallo Jenny. Ja, hola. Ich bin die liebe Destina. Destina ist doch wirklich lieb und süß. Und naiv. Ich grüße dich. Ja, ich spiele sie mit Absicht so ein bisschen kindlich. Weil ich die Hoffnung habe, dass sie irgendwann damit in Scheiße gerät. Weil sie halt irgendwie jedem, ja bei jedem nichts Böses unterstellt. Sie war ja auch das erste Mal bei einem MC und hat auch so ganz unschuldig gefragt. Ja, und was macht ihr? Macht ihr dann so Touren? Und die so, ja, ja, wenn wir Zeit haben, machen wir auch so gemeinsame Ausflüge. So, oh cool. Dass das irgendwelche Banden sind, davon hat die null Vorstellung, dass die irgendwie kriminellen Kram machen. Ich liebe das. Ich will sie so ein bisschen naiv haben. Damit halt irgendwann auch mal so richtig Drama passiert. Also nicht, weil sie Leute ärgert, sondern weil sie halt quasi jedem vertraut. So, ich habe mir heute auch ganz frisch einen kleinen Meta-Schutz fürs Handy eingerichtet. Ich weiß leider nicht, wie ich die Ecken transparent kriege. Das hat noch so weiße Ecken. Und ich wusste das mal, wie das geht. Äh, das ist eine PNG-Datei. Ich dachte, PNGs sind die, die Transparenz auch können. Aber ich habe nur Paint. Ich habe kein Photoshop. Und ich habe dieses von Windows 11, dieses Foto-Editieren-Ding da. Vielleicht gibt es da irgendwas, wo man das weiß markieren kann am Rand und dann auf transparent umstellen kann. Ja, nee, nee, genau. Es gibt gar kein Crime in diesem Spiel. Das ist eine Lüge. Niemand ist kriminell. Nein. Ich meine nur, die Desti ist halt zu allen voll lieb und nett und naiv so. Und mir ist OOC voll und ganz bewusst, dass es Gangs gibt und dass es Mafien gibt und dass es Banden gibt. Und das ist ja auch nicht mein erster RP-Server. Ich habe ja davor sehr viel Justiz-RP und Cop-RP gemacht. Aber halt immer Männer gespielt. Und für Lucky Five habe ich mir halt die Challenge selber gemacht, dass ich halt eine Frau spielen möchte. Ähm, nur, also ich habe das mit dem Stimmtraining, ich habe nicht wirklich Stimmtraining gemacht. Also ich habe das irgendwie auch nicht vorher geübt oder so. Ich versuche es halt einfach. Aber man hört halt raus, dass es eine Männerstimme ist. Äh, gerade jetzt, wo ich noch quasi halb müde bin, ist die Stimme ja nochmal eine halbe Oktave tiefer. Ich versuche halt den femininen Vibe so gut ich kann zu spielen, aber man hört halt, dass es immer noch eine Männerstimme ist. Und deswegen kam ich auf die Idee, das ist halt eine Transfrau so. Und habe die Geschichte darum herum aufgebaut. Und das macht mega Bock. Bis jetzt hat auch nur ein einziger Mensch sie für einen Mann gehalten. Und das war ein Taxifahrer. Und der hat das dann sofort abgestellt, nachdem er sie gesehen hat. Er hat halt am Telefon nur gesagt, ich komme gleich, Sir. Und sie nimmt das auch nicht böse, wenn einer sie jetzt für einen Mann hält oder so. Das ist okay. Das ist total okay. Also generell, finde ich, wird sie sehr offenherzig so von den Leuten. Die sind da sehr akzeptierend, was das angeht. Und ich meine, sie arbeitet halt auch in der Safe Zone. Wenn du in die Safe Zone gehst, dann rechnest du damit. Weil das ist das LGBTQ-Café. Dass du da von einer Transfrau bedient wirst, das sollte niemanden überraschen. Deswegen finde ich diesen Job auch so mega. Der ist einfach, der passt einfach mega gut zu ihr. Aber wolltest du Crime-RP machen? Oder hat sich das RP damit reinentwickelt, dass du auch so naiverweise Mitglied wurdest? Ich meine, das kann der Destiner natürlich auch passieren. Wenn da irgendwo eine mafiöse Struktur ist und sie da die entsprechenden Leute kennenlernt und die irgendwann sie da reinziehen. Das kann passieren. Dass sie halt erstmal denkt, ja, das sind halt so meine Freunde. Und in Wirklichkeit ist das irgendwie eine Mafia oder so. Und dann vielleicht kriegt sie dann ein entsprechendes Angebot, da irgendwas mitzumachen und so. Aber dann wird sie erstmal Angst haben. Ja, ich spiele sie wirklich ein bisschen kindlich. Sie ist halt auch erst 25. Und sie ist halt auch erst seit fünf Jahren eine Frau. Also äußerlich. Innerlich natürlich seit Kindheit. So, ne, man, also wollte halt immer ein Mädchen sein. Aber hat die, die OPs halt erst so vor fünf Jahren gemacht. Ich glaube, man muss in den Staaten auch 21 sein für, äh, für manche Sachen so, dass die so OPs machen. Also im Prinzip, deswegen pinkelt sie halt auch immer im Stehen, im Prinzip ist ab der Hüfte alles Frau operiert. Und, äh, ja, der Penis ist halt geblieben. Weil ich, ich mag meinen Penis. Der, der muss nicht weg. Deswegen, also sie ist eigentlich inter auch. Ne, sie ist transident und intersexuell. Ähm, dementsprechend. Sie ist halt beides. Aber 99 Prozent Frau. So, gefühlstechnisch. Nur so, ja. Du verstehst schon. Vom, 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 vom Geschlechtsteil konnte sie sich noch nicht trennen. Äh, ja. Die Gigi hat das ja gemacht. Die hatte jetzt das, äh, Geschlecht tatsächlich umoperieren lassen. Die war ja, ähm, Twitter. Hatte beide Geschlechtszälle und hat jetzt definitiv den Penis entfernen lassen. Das ist, also sie hatte sich halt entschieden. So, für Frau. Und, äh, ja, die Destina ist noch nicht so weit. Also, was das angeht, da, 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 da hat sie noch nicht 100 Prozent Frau gemacht. Hehehehe. Ja, okay. Ja, gut. Manche Leute kommen ja auf den Server und mit dem, mit der Idee, Crime-RP zu machen, ne? Und dann machen die halt vielleicht auch die illegale Einreise. Ich geh davon aus, du hast wahrscheinlich die illegale gemacht und bist dann halt da reingeutscht. Das kann natürlich auch passieren. Mach die Sache auch leicht, weil du dann von Anfang an ein Perso hattest. Ja. Also, boah, den, den, den Einstieg über illegale Einreise wüsste ich auch nicht, wie, 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 ja. Fände ich schwer. Dann musst du, glaube ich, wirklich von Tag 1 Crime-RP spielen und wirklich gucken, dass du, ja, keine Ahnung, dass es nie auffällt, dass du keinen Ausweis hast. Weil jeder, jeder Depp fragt ja nach einem Ausweis. Für die Grundsicherung, für, für Venture, für Krankenhaus. Die wollen ja überall Ausweise sehen. Und ich weiß nicht, ob die, ne gut, Grundsicherung, ich denke, wenn du Crime machst und illegal bist, dann kriegst du wahrscheinlich auch keine Grundsicherung, ne? Dann kannst du ja nicht zum Kasa latschen. Fällt ja sofort auf, wenn du zum Kasa latscht und sagst, du willst Grundsicherung. Und dann, äh, ja. Du fliegst ja instant auf, dass du keinen Ausweis hast. Ich stelle mir das mega schwer vor, wenn du sämtliche Unternehmen und Firmen, von denen du irgendwelche Vorteile hast, meiden musst. Dann kannst du ja wirklich nur irgendwelche Drogen ticken oder so. Du hast halt keine Grundsicherung. Ich stelle mir das mega schwer vor, so. Also mit Crime Appay habe ich halt auch keine Erfahrung. Guten Morgen, kleines Monster. Ja. So. Irgendwie, Enya ist, hat noch nicht geantwortet. Hm. Angel habe ich getextet, Kochkurs habe ich getextet. Kochkurs ist klar. Ach, ich wollte nochmal gucken, ob ich das Datum richtig habe. 25.06.17 Uhr müsste aber stimmen. So. Morgen gibt es Kochkurs. Mega. Ja. 25.06.17 Uhr. Genau. Das sollen die Mädels in die Überweisung schreiben. Ich habe geklärt, dass jeder selbst überweisen kann. Ich habe den, die haben halt, die haben das halt missverständlich formuliert. Die haben halt geschrieben, man muss die Kursgebühr vorab überweisen, dies, das. Und dann steht hier Namen der Teilnehmenden Personen. So nach dem Motto, nur weil ich die Gruppe organisiert habe, soll ich alle Namen angeben und für jeden 400 Dollar, 400 Dollar pro Person. Namen. Das ist so im Plural geschrieben. Deswegen dachte ich, ach du Scheiße, wollen die jetzt für fünf Leute von mir 2000 Dollar? Und dann habe ich geschrieben, ich kann das nicht für fünf Personas vorstrecken. Das soll doch jede selber überweisen, hm? Weil das ist auch mega kurzfristig. Ähm. Weil die mir am Telefon erklärt haben, ich muss bis Freitag diese E-Mail schreiben. Für Sonntag einen Termin. Ich so, alles klar. Dann habe ich ja Zeit, mir jetzt fünf Chickas zu suchen, die da Bock drauf haben. So, deswegen. Ich habe halt den Rest der Zeit damit verbracht, da die Gruppe voll zu machen. Hätten die mir das mal am Telefon vorher ordentlich erklärt. Also wenn das so gewollt wäre, dass ich das vorstrecke, finde ich, hätten die mir das auch so erklären sollen. Dann hätte ich das viel früher gemacht, dass jeder, die Bock hat, mir schon mal 400 Dollar in die Hand drückt. Das war jetzt mega kurzfristig. Das muss ja heute bis 17 Uhr über die Bühne gehen mit den Überweisungen. Ähm. Aber die haben geschrieben, es ist in Ordnung, wenn jeder selbst überweist. Ha. Ha. Ich bin doch nur Kellnerin. Ich habe doch keine 2000 Dollar, die ich vorstrecken kann. Nancy! Ja, moin! Ja. Aber das, deswegen, das ist mega kompliziert ausgedrückt, weil die alles im Plural schreiben. Ähm. Aber die meinten tatsächlich, dass jeder selbst überweisen kann. Das finde ich auch besser. Wenn jetzt die, die Lola, äh, nach wie vor nicht kommt, dann ist die halt raus so, aber dann muss ich halt nicht den Schadensersatz übernehmen. Diese 200 Dollar, wenn jemand ohne, äh, ohne Abmeldung nicht erscheint. Also im Endeffekt, jeder, der die 400 Dollar überweist, äh, gilt als angemeldet. Und wenn dann einer nicht auftaucht, äh, kriegt der 200 zurück. So verstehe ich das. Ja. Und halt die Vertragsstrafe, wenn man die, die, äh, Kochbücher weitergibt. Ja. Och, mega kompliziert. Ja, äh, bis später, Jenny. Ich hab jetzt nicht gecheckt, wer du IC bist, aber, äh, bis später und viel Spaß. Hahaha. Du bist in einer Gang. Ach, bist du von der South, die Leute, die eigentlich echt nett waren, äh, in, in, ähm, in, in, im Sallys, bei meinem Stresstest. Ja. Alles gut. Ach, das ist gut. Okay. Okay, okay. Ja, äh, bis später. Ich hab keinen Plan, wer du bist. Aber danke fürs Einschalten. Okay. Äh. Ach, wahrscheinlich, ja, ich hab auch ne Idee. Ich hab auch ne Idee. Ich hab das aber mit dem Überfall nur ganz am Rande mitbekommen. Wir sind nur dran vorbeigefahren und haben Polizei gesehen. Ja, nö. Ach, ich mäht da sowieso nicht. Also, es interessiert mich halt. Ich hab Nancy und Hunter ja auch nicht gesagt, warum Lola nicht, äh, nicht kommt. Und ich weiß es, OOC. Also, Meta vermeide ich, wo ich kann. Ich hab keinen Bock auf den Bann. Ja, ich weiß, warum, äh, Lola nicht zur Arbeit erscheint. Ach, natürlich. Okay. Ja, äh. Ja. Dann, äh, sehen wir uns tatsächlich, IC. Spätestens morgen. Du bist doch beim Kokos dabei, oder? Ich hab dich doch in der, in der Notiz mit drin. Ja, jetzt aber schnell, bis siebzig. Wenn du nicht überweist, bist du raus. No, Meta. Dann hast du halt Pech, wenn du verkackst, wenn du nicht spielst. Nee, 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 nee. Gut. Danke für deinen Follow, äh, Lita, mal als cooler Name. Ja, scheiße, jetzt ist keiner, jetzt ist die Enya noch nicht wach zum Kochen. Aber, ach, scheiß drauf. Ich glaub, ich hol erst mal mein Fahrrad. Das hatte ich noch bei Dingens, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ich geh erst mal gechillt mein Fahrrad holen. Aber ich hab auch irgendwie keinen Game Sound gerade. Warte mal. Ach, mein Headset ist wieder ausgegangen. Jetzt ist es an. Ach, guck mal, da ist Game Sound. Ha, wie sie hören, hören sie was. Nö, hast du nicht geschrieben. Alles gut. Ich sag ja, Hashtag NoMeter. Wenn du es nicht schaffst, äh, bis 17 Uhr, dann bist du raus. Oh, Mann. Ja, viel Spaß bei der Arbeit. Naja, viel Spaß. Also einen nicht zu stressigen Tag. Ich hoffe, du hast eine Arbeit IRL, die dir Spaß macht. Ich bin bei, ich bin ja beim Jugendamt. Äh, tatsächlich. Und, ähm, mir macht's tatsächlich Spaß. Aber es ist halt auch wirklich hart stressend. Und, äh, gerade nächste Woche hab ich halt jeden Tag Büro. Da ist gar kein Homeoffice. Ich hab grad auch eine Auszubildende bei mir. Und, ähm, die ist noch nicht so weit, dass ich, dass wir sie ins Homeoffice schicken können. Weil die halt erstmal lernen muss, wie die Kram alleine macht. Die ist halt noch sehr neu. Ähm, und dann fällt für mich das Homeoffice auch flach. Weil ich gesagt hab, dann bin ich halt für sie da. So. Ich kann mich ja nicht zu Hause gemütlich hinsetzen und meinen Kram machen. Und dann hockt sie da und, ja. Dann kümmert sich keiner um sie. So. Das ist auch nicht, auch nicht Sinn der Sache. Deswegen. Deswegen gibt es nächste Woche für mich kein Homeoffice. Ja, bei IC spiele ich das ja so aus, dass es, äh, dass es, dass sie Consulting macht für die alte Firma. Aber ich überlege tatsächlich die Firma, die ich mir ins, äh, in die Hintergrundgeschichte habe, im, hier auf dem Server zu machen. Ja, nicht zwangsweise. Also Jugendamt hat halt 5000 Bereiche, ne? Gibt ja Sozialen Dienst, Unterhalt, äh, hier, äh, wie heißt das, Vormundschaft, äh, Jugendhilfe, Jugendzentren, äh, Kita-Bereich. Also ich, ich, also ich bin, ich bin tatsächlich im Kita-Bereich. Ähm. Gibt, also Jugendamt hat ja 5000 Themen. Ach, Alex. Moin. Ich dachte, ich hab, ich hab grad die, die Farbe nicht, äh, richtig zugeordnet. Ja, da sind ja jetzt beide Chefes hier am Start. Steht das DO eigentlich für Dortmund? Dann kommen wir beide aus dem Ruhrpott, tatsächlich. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, werden wir IC nie drüber reden können. Ja, sorry. Ich bin doch nicht wach, ey. Lasst mich in Ruhe. Wie lange habt ihr überhaupt gestern Abend noch gemacht, ey? Ihr Arbeitswilden. Ihr Unternehmer, ihr. Ich lauf komplett falsch, ne? Ich, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Ich hasse es. Äh, kommt man hier weiter? Ja, okay. Ja, kurz noch eins ist es bei mir auch geworden. Tatsächlich, weil wir dann doch noch ein bisschen länger unterwegs waren. Aber ich konnte halt auch echt nicht mehr, ey. Da sind einfach hunderttausend Milliarden Leute. Und dreimal hintereinander Open End, beziehungsweise Mitternacht, das ist für mich auch hart. Also ich konnte jetzt fünf oder sechs Stunden tatsächlich pennen. Aber ich war effektiv tatsächlich erst um drei oder so eingeschlafen. Ich schlafe halt auch nicht immer sofort ein. Das ist, das ist so ein Stressding. Ich hab Melatonin Spray. Das hilft. Also einfach so ein bisschen, äh, Sprayen für, äh, Schlafhormone. Also Melatonin ist ja im Prinzip einfach nur das Hormon, das müde macht. Ähm, das hilft. Aber wenn ich so mega Stress hab, dann kann ich halt auch nicht einpennen. Boah, jetzt bin ich mega falsch abgebogen. Ich bin kein Streamer. Ich sag's jedes Mal. Ich bin Amateur-Streamer. Aber ich hab einen Metaschutz eingerichtet. Weiß einer von euch, wie man die, die Ecken transparent kriegt? Ich hab nur Paint und, äh, Windows 11, diesen, dieses Bildbearbeitungsding. Das stört mich noch, dass die Ecken weiß sind. Aber dieser Metaschutz ist cool. Ich hab leider kein, äh, Dingens hier. Photoshop. Okay. Ich wusste es mal, glaub ich. Es gibt, irgendwo gab's das. Du kannst ja bei PNG-Dateien irgendwie einstellen, dass, äh, oder mit irgendeiner Radiergummi-Funktion konntest du drüber gehen und dann verwandelt sich das weiß in transparent. Und die PNGs, wenn du die als PNG speicherst, dann, ähm, können die, also dann wird diese Info mitgespeichert, dass es transparent ist. Und dann ist das ein bisschen mehr so smooth an den, an den Rändern. Ja, die, was ich noch versuchen könnte, ist diesen Grauton zu machen. Aber, keine Ahnung. Aber so ein bisschen Metaschutz fand ich ganz cool. Hab ich mir bei der Uli abgeschaut. Die hat auch so ein cooles Bild, wenn sie das Handy hochklappt. Ja, geht das mit, mit Paint oder mit diesen Windows-11-Foto-Edit-Dingen da irgendwie auch? Oder brauch ich da irgendwas anderes? Weil Photoshop, äh, nee. Also, sorry. Dieses Adobe-Abo ist scheiße teuer. Und ich glaub, wenn du Photoshop an sich kaufst, kostet das 12 oder 1500 Euro? Äh, nee. Einfach nur nee. Ach, hier war die, hier ist die Treppe, die hab ich gesucht. Ja, ich lass mich vom Chat andenken. Ich bin echt kein Profi-Streamer. Der Döp. Ja, keine Ahnung. Ich versuch zwischendurch nochmal zu schlafen. Und dann heute irgendwie nicht mega frühmüde zu sein, so wie gestern. Aber ich bin halt 35, so. Das ist auch nicht mehr das Alter, wo man jede Nacht, äh, durchzocken kann, so. Das ist nicht drin. Vor zehn Jahren hab ich die Nächte noch durchgepartiet. Und am nächsten Tag hockte ich wieder in der Uni. Und alles ist gut, aber aus dem Alter bin ich ja auch raus. Ich bin, ich bin tatsächlich schon alt genug, als dass ich, äh, auch an einem Freitagabend um 11 Uhr schon müde sein kann. Ah, okay. Ja, mach das gerne mal, dann wird das Handy noch, also, dann ist das ein bisschen abgerundet. Dann sind da diese hässlichen weißen Kanten weg. Äh, ich hoffe, der Bot lässt dich ein Ding posten. Dieser, dieser Bot ist manchmal ein bisschen, ähm, ein bisschen streng. Ihr seid echt süß zusammen. Ich mag ihr, ich mag die beiden IC. Ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ja. Heißt ja nicht zwangsweise, dass ihr auch OOC zusammen seid, so, ne? Manchmal ist das so, manchmal nicht. Wenn es nicht so ist, dann spielt ihr das verdammt gut. Ich hatte auf einem Server, ich hab ja vorher drei Server bespielt, ähm, natürlich alles Männer. Das mit der Transfrau ist jetzt meine Special Challenge für, für Lucky Five. Ähm, ich hab einmal halt Justiz-RP durchgespielt. Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft, Richter, Justizminister, alles. Also Justiz, also Justiz-RP hab ich wirklich durchgespielt. Ich bin halt auch von Hause aus IRL so Jurist, ähm, äh, ja, Cop-RP halt. Und dann wollte ich so ein bisschen Zivilisten-mäßig mal unterwegs sein. Und auf dem einen Server hatte ich im RP eine Freundin, aber halt so, also Blackbox-mäßig, ne? Also wir haben nie jetzt irgendwas Erotisches ausgespielt. Wir sind einfach ins Haus gegangen und haben dann am nächsten Morgen gesagt, ja, war eine geile Nacht so. Also das wird nicht irgendwie dargestellt. Das werde ich auch weiter so handhaben. Das werde ich auch auf Lucky Five so handhaben. Wenn die, äh, wenn die Vögeln wollen, dann ist das halt Blackbox, dann ist das nicht Inhalt des Streams, so. Also ich werde jetzt hier nicht die Sex-Hotline simulieren. Nein, da wird einfach geblackboxed, so. Aber ansonsten hatte ich auch im RP nie irgendwie Beziehungen. Deswegen, wenn das mit, wenn das bei Lucky passiert, dann, dann passiert es halt, dann werde ich es auch so handhaben, dass es geblackboxed ist und dann ist gut. Ja, ja, natürlich, natürlich, das kommt noch dazu, dass es verboten ist. Ja, nein, um Gottes Willen. Also selbst wenn es erlaubt wäre, so meinte ich das, selbst wenn es erlaubt wäre, ich würde es auch nie tun. Das ist ja hart schräg einfach. So, fucking Fahrrad holen, ey. Ich habe gestern ein bisschen einen gebechert und gekifft. Da war nichts mehr mit Fahrrad. Aber ich habe es gefeiert, dass ich beide Probezeiten bestanden habe. Ihr habt mir, ihr habt mich ja bei der South schon, äh, instant, äh, instant Probezeit abgehakt, das fand ich auch mega cool. Ja, und Gigi hat mir halt die kompletten zwei Wochen gegeben, so. Sie hat, sie hat mich zappeln lassen. Sie hat mich zappeln lassen, aber sie hat mir gestern auch gesagt, ähm, ich bin im, ich bin im Team. Und da, da, da war die Desti auch sehr glücklich drüber. Und ich auch. Da, da fällt schon viel Druck von einem ab. Also ich bin so ein Mensch, dass ich auch in der Probezeit wirklich voll, voll, voll reinhaue. Ne, das, dann gehört meine Seele halt wirklich der Company. So, und, äh. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett abbauen werde, aber ich werde es jetzt ein bisschen, ein bisschen einpendeln. Ich habe mir das schon so überlegt, dass ich die Schichten mit den Homeoffice-Tagen, äh, koordiniere. Ne, dass wenn ich am nächsten Tag Homeoffice habe und keinen Arbeitsweg habe, dass ich dann, äh, Sallys mache, komplett, bis elf. Das ist okay. Oder halt auch mal bis zwölf. Und an den Tagen, wo ich am nächsten Tag Büro habe, ähm, pendle ich mich da eher auf Bereitschaft ein. Und bei der Safe Zone entsprechend, ähm, die Früh... Da wollte ich doch gar nicht hin. Boah, ich bin so verpeilt. Äh, bei der Safe Zone entsprechend nur die Frühschicht. Dass ich im Zweifel zwischen Safe Zone und Sallys halt auch ein bisschen Pause mache. Ach doch, wollte ich, natürlich wollte ich rein. Ich habe meinen Helm da drin. Jetzt weiß ich es wieder. Ah, OC verlobt, süß. Ja, cool. Mega. Jetzt muss ich noch ein bisschen mehr Chat lesen. Ich bin echt kein Profi-Streamer. Ach so. Okay, okay, okay. Cool, cool. So, ich brauche meinen Helm. Sonst habe ich nichts mehr, ne? Ne, meine Kippen. Meine Notfallkippen. Und das Rest... Ja, der Rest ist Uniform. Passt. Hä? Also, es wird mich, glaube ich, die nächsten 100 Jahre noch abfacken, dass die beiden Kühlschränke hinter der Theke so dicht gebaut sind, dass man den scheiß Triggerpunkt nie trifft. Das ist das Einzige, was mich beim Sally echt stört. Dass diese Kühlschränke mit diesen Triggerpunkten, das geht gar nicht. Aber da gewöhnt man sich dran, denke ich mal. Oh. Ich habe doch jemanden gehört. Oh. Wer schnüffelt denn hier rum? Könnte das Grace sein, die in der Küche arbeitet? Die Grace kenne ich nämlich noch gar nicht. Hm. Ist in der Küche verschwunden. Okay. Naja, ich habe ja nur was gehört. Ich habe sie ja nicht wirklich gesehen. Hm. Ich schätze mal, das war Grace. Aber ich habe sie halt nicht bemerkt. Möp, möp. Also, natürlich fällt auf, dass da ein Fahrrad steht. Aber die Destina ist jetzt auch nicht jemand, der sich jetzt traut, da reinzugucken, wer da ist. Da kann ja sonst wer sein. Irgendein Krimineller. Ja. Ja. Ich bin mir OOC so 98 Prozent sicher, dass das Grace war. Ja. Alles gut. Lass dir schmecken. Jenny, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich habe weiter oben im Chat, habe ich schon fast wieder vergessen. Ich bin echt noch nicht wach, bro. Geht gar nicht. Geht auf keine Kuh out. Ich bin einfach noch am Pennen halb. Ja, lass dir schmecken. Ja, ich werde jetzt ein bisschen in der Safe Zone kochen. Also, so mega spannendes RP ist noch nicht. Es hat sich noch keiner gemeldet. Gibt jetzt halt Kochen-RP. Aber das finde ich auch ganz entspannt, dass es bei Sallys getrennt ist, Küche und Service. Bei der Safe Zone ist es halt ein Kombijob. Aber das ist in Ordnung. Das wäre mir, glaube ich, auch too much, wenn ich jetzt bei Sallys auch noch mitkochen müsste und so ein Kram. Das finde ich ganz cool, dass ihr das getrennt habt. Da muss man sich als Servicekraft echt keine Gedanken machen mit dem Vorrat. Dann wird der im Prinzip so im Hintergrund organisiert von anderen entsprechend. Das finde ich ganz cool. Deswegen kenne ich Grace auch nicht. Die hat mir bis jetzt nur getextet. Wir haben noch kein Wort gesprochen. Ich habe extra dieses hässliche Hemd angezogen, weil das beim Kochen schmutzig werden kann. Weil ich das sonst nie trage. Das ist echt so ein Ding. Das ist quasi so eine Pseudo-Schürze. Das ist auch ein Ding. Das ist eigentlich so eine Pseudo-Schürze. So, auch an dem Arbeitsplatz gibt es ein Notfallpäckchen Zigaretten. Barscht. So, safe zone. Hola. Ich fange jetzt gern. Also das ist kein Meterschutz an der Stelle, das dürft ihr mitkriegen. Äh, ich fange jetzt ganz entspannt an mit kochen. Wenn wer dazukommen mag, freue ich mich. Herzchen. So. Oh, ich liebe ja dieses Headset, ne? Das ist die geilste Erfindung ever. Man kann einfach freihändig telefonieren. Ich habe gestern auch, ich wurde auch angerufen, als ich hier am Nachfüllen war. Ich habe einfach auf, 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 in-ear geschaltet und habe weiter Zeug aus dem Kühlschrank geholt. Es ist, es ist genial. Es ist fucking genial. Äh, Hotkey-Gruppe Arbeit. Gracias. Erstmal Notizblöckchen. So, was muss ich nicht alles auffüllen? Gut, das wird bestellt. Rainbow Cake. Boah, so, weiß ich nicht. Drei Reihen voll. Vier Reihen voll. Boah, ich mache mal vier. Keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, wie viel ich machen soll. Ich denke, vier Stack, also vier, vier Kontette Reihen ist eine ganz gute Sache. So, das wären, das sind 16. Äh, plus zwei ist der Stack voll. Plus acht sind zehn Rainbow Cake. Äh, das ist der 24. Das muss natürlich auch auf meinem Zettel stimmen. Ja, ich arbeite gerade in meinem Numpad mit den Pfeiltasten. Dementsprechend kommt ein Bunny und verschwindet wieder. Äh, zehn Rainbow Cake für die Reihe. Und dann sind dort, äh, fünf mal vier sind 20, wären 30 Rainbow Cake. Waffles sieht ganz gut aus. Sieben Stück vielleicht noch, um es wieder voll zu haben. Sieben Rainbow Waffle. Äh, Einhornpups ist halt bestell. Es muss man bestellen. Ich dachte, wir machen den selber. Der wird tatsächlich bestellt. Kartoffeln. Zu Kartoffeln wurde irgendwas geschrieben. Da muss ich nochmal gucken. Äh, Kartoffel war... Boah, was ist das? Sind das Sechser-Stacks? Oder sind das Dreier-Stacks? Boah, ich weiß es gar nicht. Äh, Kartoffeln. Süßkartoffeln. Ich schreib mal Süßkartoffeln mit. Ich muss mal gucken, ob wir Kartoffeln haben. Die Gigi hat ja irgendwas geschrieben, wo Kartoffeln sind. Süßkartoffel-Sticks. Aber ich weiß nicht, wie viele. So, Rainbow-Pasta sind, glaube ich, Sechser-Stacks? Keine Ahnung. Rainbow-Pasta finde ich raus. Risotto wären... 4 und 15 sind 19. 19 Risotto. 17 Tomatensuppen. 17 Tomatensuppen. 17 Tomatensuppen. Äh, 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 Kartoffelsuppe 7. Heiße, also Kaffee und Säfte habe ich letztes Mal komplett voll aufgekocht. Äh, ähm, 3 heiße, weiße plus 18 sind 21. Heiße, weiße. Ja, ich lieb's auch. Man sieht es euch halt an, dass ihr die Dinger 24 Stunden tragt. Und deswegen hatte ich Handtrag auch mal angequatscht, wo ich das kriege. Weil das ist schon mega geil. Ich lieb's einfach, dass man während der Arbeit noch Telefonie... Also Anruf entgegennehmen kann und so. Oder auch auf dem Bike oder im Auto als Freisprech. Ähm, ist mega. Äh, so, das waren 21. 22, genau. Der Americano sind 4. 4 Kaffee. Das Item heißt eigentlich Kaffee, aber Destina nennt das immer Americano. Ähm, Espresso sind 2. Ja, mein Gott. Also wenn ich super viel Zeit habe. 2 Espresso. Äh, 6 Milchkaffees. 6 Milchkaffees. 6 Milchkaffees. Das könnte nicht mehr mehr dauern mit dem Mittagsschlaf. Das zeichnet sich ab, dass es ein bisschen länger dauern wird mit dem Kochen. 6 Milchkaffees. Äh, äh, 2 Latte Macchiato. Zwei Latte. 2 Latte. Kapu sind 6. Kakao sind 3. Tee. Einer. Da, ne. Ne, einfach nur nie. Äh, Cuties sind 6. 6 und 2 sind 8. Cutie. Äh, ja. Blaubeersaft sind 3. Äh, Kirsche sind 5. Äh, Kirsche sind 5. Okay, Orange. Dies, das ist voll. Rainbow Juice ist auch mehr als voll. Da, ja, das ist das Ding. Äh, da muss ich bei den Säften nochmal nachzählen, wenn ich Rainbow Juice ergänze. Das hat dann 6, 7. Ja, okay. 8 Rainbow Juice. Ne, eigentlich, ich glaube ein 4er-Stick kommt da raus, ne. Ich schreibe mir auch nur die Maximalmengen auf. Ich will ja auch nicht zu viel produzieren. Äh, 6. Ja, 7. 7 Rainbow Juice. Dann schreibe ich den Rainbow Juice mal über die Säfte, weil die werde ich ja dafür verbrauchen. Okay. Shakes. 12, 14. Ey. Ja doch, 12. Plus 2. Ja, 14. 12. Cherry Shake. Hier ist irgendwo O-Saft verschwunden, der nicht mehr gepasst hat. Gut, das muss ich mir merken, dass es hier noch O-Saft gibt. Okay, das war die ganze Liste. So, Pups kommt. Und Cheesecake und so ein Kram. Minus. Omas Schokolade. Ach, das ist die heiße, weiße, die da herkommt, ne. Ja. Ja. Flüssige, weiße Schokolade, Einhorn, Pups. Ah ja, von der Oma kommt das. Okay. Okay. Genau. Die heiße, weiße und der Pups werden, also sind bestellt. Das ist schön. Das heißt, die heiße, weiße, da kann ja auch gar nichts machen. Stimmt. Stimmt, das war von Oma Dingens. Cool Beans, Pifa, Cheesecake und Schoko Cake und Rainbow Cake. Ach du Scheiße, ich dachte, den machen wir auch. Na gut, fällt der raus. Ist bestellt. Fantastisch. Dann. Ja, ich glaube es euch, dass man es, wenn man es einmal hat, nicht mehr wieder, äh, nicht mehr wieder missen möchte. So, das heißt, wir sind eigentlich clean. Sehr schön. Okay. OC habe ich dir ja schon bemerkt. IC mal wieder nicht. Ah. Hm. Na ja. Ich glaube, die hat mich auch nicht gesehen. Die wird sich melden. So. Ein Stimpeln. Let's go. Dann. Fangen wir doch mit dem Simplen an. Kaffee, Espreche und sowas. Was ist denn hier passiert? Ah. Kartoffeln sind passiert. Fantastisch. Ich suche das, ich suche den Rezeptblock. Paprika, Möhre, Zucchini. Oh shit. Deswegen suche ich den Rezeptblock. Aha. Na gut. Oh man. Ich brauche diesen Rezeptblock. GG. Was machst du? Mach doch nicht diesen, ne. Fuck. Jetzt muss ich's alles aus dem RDP ziehen. Mann, Destiner ist doch noch nicht so gut, dass ich so Zeug auswendig kann. Oh, Mann. No. Etz. Nimm dir einfach den Rezeptblock weg. Frechheit. So, Rezeptübersicht. Okay. So. Kaffee ist gleich zwei Wasser plus zwei Pulver. Heißt, wenn ich vier möchte, es sind, glaube ich, vierer Stacks. Der Espresso ist ein Wasser, ein Kaffeepulver. Ein Wasser plus ein Pulver. Milch, Kaffee ist ein Kaffee, eine Milch gleich. Eins Kaffee plus eins Milch. Der Latte ist ein Espresso und zwei Milch. Der Kapu ist ein Espresso und ein Milch. Ja, ich weiß, Alex. Ich bin voll von Rezepten abhängig. Es dauert halt dauert halt, bis man sich so ein Kram merkt, ey. Ihr habt ja wenigstens Post-its geschrieben. Das finde ich auch super geil, dass in dem Getränke-Kühlschrank die Rezept-Post-its dabei sind. Wir hatten auch ein Blöckchen, aber hat die jetzt einfach weggenommen. Kakao, ein Milch, ein Kakaopulver. So, der Cutie. Gleich. Eins Erdbeer, eins Vanille, zwei Kirschen. Schön, dass die Kalkulation mit dabei ist. Die Destina hat BWL, studiert ich nicht. Aber es waren ein paar Module mit dabei im Bachelor, tatsächlich. Ich habe ja erst auf Staatsexamen Jura studiert und hinterher nochmal einen Bachelor auf Laws. Und da waren BWL-Module mit bei. Ich finde es cool, dass die die Kalkulation, wie heißt es so schön, die Kosten-Leistungsrechnung, die interne, das interne Rechnungswesen mit da drauf hat. Ein Erdbeer, ein Vanille, zwei Kirschen, äh, Banana. Banana. Eins Banana. Äh, da, 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 die, ne, scheiße, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, ne? Das war Cherry Shake. Äh, Vanilleschote, zwei Teeblatt ist es. Wait. Jetzt bin ich komplett lost. Nochmal. Erdbeer, Vanilleschote, zwei Teeblatt. Zwei Teeblatt. Zwei Wasser. So, das gibt vier Cutie. Das heißt, ich verdoppel die Mengen nochmal. Vier Wasser. Ja, ich mach, ne, ich mach, okay. Ich schreib dahinter für vier, damit ich das weiß, dass ich verdoppel, wenn ich an dem Punkt bin. Äh, 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 Cutie. Passt. Der Cherry Shake, den hatten wir doch auch. So, gleich. Eins Kokosnussmilch. Eins Vanille Eis. Zwei Kirschen. Eins Banane. Eins Sahne. Eins Vollmilchschoko. Für sechs Mixer. Gut. Äh, was haben wir noch? Rainbow Juice, Blaubeersaft, Kirschsaft. Äh, 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 äh. Ah ja, Süßkartoffelsticks, Schneidebrett, zwei Kartoffeln. Zwei Kartoffelbrett. Rainbow Shoes. Waren ja eigentlich nur die drei Säfte. Da ist die Rainbow Waffle. Dann kopiere ich mir mal die Rainbow Waffle raus. Äh, die Rainbow Waffle ist hier. Dann lösche ich die Kalkulation raus. Die ist ja jetzt gerade wirklich nicht relevant. Die Einkaufspreise. Orange, Zucker, Mehl, Kokosnuss, Mehl. Für sechs Waffeln. Okay. Süßkartoffelsticks habe ich. Rainbow Pasta ist dieses. Kopieren. Man sollte auch richtig kopieren können. Rainbow Pasta da. Spinat, Rote Beete, Paprika, Pulver, da. Da. Ja, Karl, ja. Ich habe alles verdrängt, Alex, alles. Ich habe es verdrängt. Ah ja, okay. Ja, viel Spaß beim Haushalt. Es gibt gerade sowieso noch Koch-RP. Ja, ja, ich habe diesen Verwaltungs-Badular gemacht, ja. Ähm, genau. Sowas suche ich noch. Risotto, Tomatensuppe, Kartoffelsuppe. Ja. Das haben wir alles nicht drinstehen. Der Rainbow Juice steht echt nicht mit dabei. Doch, natürlich. Glaube, Saft, Orangensaft, Kirschsaft. Ja. Zeit Erfassung, seit 10 Minuten. Mitarbeiter. Enya ist eingestempelt. Enya ist eingestempelt. Ich habe es nicht gesehen. Äh. Hallöchen. Ola. Ich habe gesehen, du hast dich eingestempelt. Ja. Ich habe gesehen, du warst nicht mehr hier. Doch, natürlich bin ich da. Ich stehe die ganze Zeit am Kohlschrank. An welchen? Bist du drin? In der Kuchel. Ja, natürlich. Ach so. Ich habe gerade Listen gemacht. Ich habe es aber gut versteckt, ich habe den Kohlschrank nicht gesehen. Ach so. Ja, ich habe das auch nicht gesehen. Ich stand vor dem Kohlschrank und habe eine Listen gemacht, was wir alles machen müssen und welche Zutaten wir brauchen. Oh, okay, dann komme ich mal rein zu dir. Ja, okay. Okay, bis dahin. Sie. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Blaubeer, eine Orange, eine Kiste Sanft. So, Blaubeer, eine Ursaft. Es gab doch so einen Rest Ursaft. Ah, okay. Plopp. Eine Ursaft. Wo? Den Blaubärchen, den Ursaft, den Kirchensaft. Hi. Hola. Na? Den Gigi hat unser Rezeptblock mitgenommen. Ich muss... Das hat es mir gestern erotisch vorgelesen. Oh, schön. Ja, ich musste jetzt alles aus RDP sehen. Oh, nein. Ja, ich habe den Post-it jetzt gesehen. Ja. Warte. Ich weiß nicht genau, was sie damit überarbeiten ist, aber irgendwas ist ja machen. Sie. So, ich habe gesagt, ich fange mit dem Rainbow Juice an. Das ist am einfachsten. Es liegen auch schon Kartoffeln hier. Wenn du magst, kannst du gleich an den Schneidebrett. Weil wir brauchen von den Soos-Kartoffel-Steaks noch ein bisschen. Okay. Aber ich weiß nicht, wie viele das werden, wenn du Kartoffeln schneidest. Du musst zwei Kartoffeln klein schneiden. Einfach nur zwei Kartoffeln klein schneiden. Naja, sollte ich ihn bekommen. Hoffentlich nochmal. Ja, sieh. Also mit einem Schneidebrettchen, ne? Mhm. Ich habe dir ein bisschen Platz gemacht. Ah ja. Na ja, passt. Und dann vielleicht einmal gucken, wie vielen das wird. Dann können wir gucken, wie vielen wir brauchen. Mhm. Ach so. Rainbow Juice ist schon mal da. Drei Stuk. Okay. Also drei Säften gibt drei Juice. Okay. Dann nochmal. Ein Glaubehärchen. Ein Glaubehärchen. Ein Glaubehärchen. Und ein O. Ein Glaubehärchen. Ein Girschen. Ein O-Saint. Ach schön. Hast du gut geslafen? Äh, ja. Wann bist du denn heimgekommen? Heim? Boah, es klappt in der 1 Uhr oder so. Oh. Du warst ja noch lange unterwegs. No, nicht wirklich. Eine Stunde, anderthalb? Das hier klappt schon wieder nicht bei mir, ja. Was suchst du? Es geht nicht. Ja, du musst, ich glaube, du musst ein bisschen mehr in die Mitte. Das hatte ich auch schon das Problem. Wie meinst du mehr in die Mitte? Na, hier ist gar kein Platz da, wo du stehst. Hier an dem Herd hast du mehr Platz zum Kochen. Leider nicht. Guck mal hier. Noch weiter. Kartoffeln schneiden am Schneidebrett. Vielleicht. Nee, ich glaube, das ist nicht das Problem, leider. Okay, aber du hast ein Schneidebrett in der Hand, ja? Ja. Richtig, richtig in der Hand. Ja. Okay. Und hast du, sonst versuch mal noch den Safe Snacks Buch da dem hinzulegen, ne? Mhm. Mhm. Oh, das geht mir so auf die Nerven. Ich bekomme einfach nichts hin. Oh, no, 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 du saffn darfst. Warte mal, ich probiere selber einmal. Ja, ja, ich glaube, du bist ja einfach schon geübt da drin. Ja, den Kollegen habe mir ja das ja auch erklärt, ne? Ja, mir hat bisher noch leider gar keiner irgendwas erklärt, was... Ach, wirklich? Nee. Oh, wow. Das war irgendwie nicht die Zeit dafür. Okay, warte, ich probiere einmal. Ähm. Moment. Jetzt muss ich gucken, wie viel Saften wir noch auffüllen müssen. Weil ich hab... Rainbow Juice haben wir eigentlich zum Spiel schon. Ja, richtig, aber dafür habe ich ja die Fruchtsäfte verbraucht. Deswegen wollte ich die jetzt nochmal zählen. Ähm. Das sind fünfmal Blaubeer. Oder kannst du mir das auch ansagen? Warte mal, ich muss gerade erst mal suchen. Fünf Blaubeersäfte und ein Kirchsaft. Ne, ein Kirchsaft und, äh, sieben Kirchsafte sind das dann. Sieben. Okay. Okay. Okay, ich probiere auch jetzt erst mal mit den Kartoffels. Ah, hast du... Warte mal. Kann es sein, dass du noch nie gekocht hast? Äh, gekocht ist relativ. Müsli Bowls und so machen. Und Rainbow Juice machen. Das war's. Ja, vielleicht ist den Kartoffelsticks ein bisschen knifflig. Dann probier mal Kaffee. Ja, ich musste auch erst mal Kaffeekuchen üben. Und dann hatte ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und dann habe ich das gesauft. Dann versuch doch mal Kaffeekuchen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Aber dann, keine Ahnung, hast du die Kaffeemaschine anscheinend abdeckt gemacht und ich konnte sie dann irgendwann nicht mehr bedienen. Ja. Äh, okay. Probieren einfach. Ähm. Wie zwei linke Hände haben oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Äh. Nein, probieren einfach vielleicht mal. Ähm. Warte, jetzt muss ich wieder... Machen einfach mal... Das ist blöd, wenn ich das Rezeptbuch hier nicht... No, no, no. Ich habe alles aufgeschrieben. Keine Sorge. Zwei Wasser, zwei Kaffeepulver. Ja, richtig. Mhm. Einfach ein paar Americano machen. Weil wir brauchen die ja auch für die anderen Sachen. Mhm. Dann probiere ich es mal noch mal mit dem, äh, Soßkartoffeln. Vielleicht musst du wirklich einfach, äh, ein bisschen, äh, Kaffeekuchen, ne? Ach, hier ist gar kein paar Kaffeepulver mehr da geschickt. Ja. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Okay. Vielen Dank. Sag mal, hier geht. Hast du auch wirklich nur zwei Kartoffelchen auf das Brett gelegt? Ja. Und du hattest das Brett ganz fest in der Hand? Ja. Und du hattest auch den Buch dabei, daneben gelegt? Mhm. Okay. Dann vielleicht wirklich Kaffee kochen? Nein, das geht nicht. Oh mein Gott, Inja, hast du alles verlernt? Was ist denn das? Ich weiß nicht. Ich schwöre dir, ich habe das einmal gemacht. Und dann wollte ich es mal versuchen. Da habe ich dieses Scheißteil nicht mehr bedienen können. Ach du, scheiße. Okay, aber du bist ja schon wieder da, wo du keinen Platz hast. Guck mal. Versuchen hier Kaffee machen. Aber da ist ja die Kaffeemaschine. Ja, aber da ist, ja, ich weiß. Trotzdem. Versuchen hier. Da brauchst du auch kein Rezeptbuch. Du brauchst nur zwei Wasser und zwei Puhemas. Na, guck mal. Den sieht besser aus. Ah, wird schon, wird schon. Jetzt musst du auch mit Kaffee kochen anfangen. Ich konnte gar nicht kochen. Das ist so. Man fängt klein an, ne? Ja. Ja, richtig. Ja. Wie viel, schau mal, wie viel da Kaffee fehlt. Also, wir brauchen auf jeden Fall vier Americano an sich. Aber wir brauchen auch Americano für Milchkaffee machen. Und das war's. Also, weiß ich nicht, so acht oder zwölf? Okay, ich schau einfach mal, ja. Ja, vielleicht erst mal acht. Okay. Ich glaube, du kriegst vier Tassen raus. Ah, ne, es werden ein paar mehr. Wirklich? Ja. Bei einmal Kaffee kochen, wie viel Kaffee Tassen kommen raus? Ich glaub, wenn ich mir das so angucke, könnten das sechs sein. Okay. Dann machen zweimal. Ja. Weil vier Kaffee kommen so in den Kühlschrank und vier Kaffee können wir dann weiter mit Milch mischen, ne? Mhm. Weil wir brauchen auch noch sechs Milchkaffee. Okay. Nein, das ist... Also, das ist... Wo hab ich denn jetzt den Soßkartoffeln hingelegt? Ach du, sei es. Ja. Also, zwei Kartoffeln, macht zwei Sticks. Okay. Milchkaffee und Cappuccino. Okay, zwei Kartoffeln, macht zwei Sticks. Ich glaube dann, wir brauchen noch zwölf. Machen wir noch sechs Mal, ey? Äh, ich mach einfach mal noch sechs Mal, ey. Das passt. Ich bin noch nicht ganz wach, mein Stimme ist heute etwas dunkel. Es tut mir leid. Ach, kein Problem. Ich geh mal Milchschuhe. Kennst du das, wenn du gerade aus dem Bett steigst und die Stimme noch so total rau ist? Ja. Ich hör mich dann einfach nur krank an morgens. Ja, richtig. Richtig. Aber das wird so. Bestimmt. Ja. 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 Ähm, ja, zwölf. Und dann jeweils zwei. Lalalala, lalalala. Boah, ich bin zu doof zum Zählen, ey. Zwei. Und hier bitte auch nur zwei. Madre Mia. So. Dann bitte hier auch nur zwei. Und da auch. Oh, come on. Nochmal zwei. So, den sind fünf Mal. Und nochmal zwei. Den sind sechs Mal. Sehr schön. Jetzt kann ich snibbeln. Haha. Uh, Mathe. Äh, ja, snibbeln. Snibbeln, snibbeln. Pass auf, schnell dich nicht. No, ich bin ganz gut. Ich habe extra den hessischen Hemd angezogen, den kannst du richtig werden. Ich habe keinen Schürzen. Hast du einen Schürzen? Nee. Hast du schon mal gesehen im Laden? Nein, noch nie, tatsächlich, würde ich sagen. Ja, richtig. Wir brauchen Kochsürzen. Aber ich habe morgen einen Kochkurs. Dann frage ich es mal, ob die da, ob die Schürzen verkaufen oder wo man es jetzt herkriegt. Mhm. Ja, richtig. Und deswegen habe ich einfach ein hessisches Hemd angezogen. Na, ich habe mal, wie immer, fast nicht dran. Ja, aber es ist in Ordnung. Ich bin jetzt nicht sonderlich horny. Das ist okay. Okay. Ja, aber es macht mir ein bisschen Sorgen tatsächlich. Wieso? Weil mir meine, äh, wie heißen? Warte. Nicht Testosteron, den anderen. Äh. Oh mein Gott, wie heißt das Hormon? Östrogen? Ja, richtig. Meine Östrogen-Tabletten werden langsam alle. Oh. Ja, richtig. Und wenn ich kein Östrogen nehme, dann kommt der Testosteron raus und dann wird ich horny. Oh, okay. Ja, richtig. Dann kommt der Geschlechtstrieb. Aber musst du die dann bestellen, die Tabletten? No, es möchte, ich möchte, no, no, es, es, es möchte tatsächlich, ähm, ich, ich stelle das auf ein Salbe um. Ah, oh, das gibt doch auch Salbe. Ja, richtig. Mein Doktor hat mir erklärt, den, den Salben sind besser als Tabletten, weil, äh, Tabletten gehen auf Leber. Ah ja, das, das habe ich auch schon gehört, ja. Ja, richtig. Und ich möchte umstellen auf, äh, Östrogensalben. Vielleicht kann ich es nachher nochmal in Krankenhaus erreichen und, äh, nochmal eine Terminanfrage machen. Mhm, okay. Weil eigentlich, eigentlich, ähm, da war halt zwischendurch der Bluttest, aber der Bluttest ist halt schon fertig und dann wollte der Doktor für mich, äh, halt, äh, mich nochmal beraten, wie wir umstellen können auf, äh, auf Salbe. Okay. Ja. Ja, dann ist besser. Weil wenn, wenn, wenn mein Testosteron zu hoch wird, dann ist nix gut. Dann ist es nicht gut, okay. Non, richtig. Also, ich habe noch ein bisschen Tabletten, aber, ja. Ja, man muss sich ja nicht drauf anlegen, dass sie leer geht. Ja, den ist heißer. Es muss halt Östrogen hinzufügen, ne? Mhm. Das kommt nicht von alleine. Kommst du klar mit Kaffee? Ja. Es hat, es hat mir alles aufgeschrieben, wenn du ein Rezept brauchst. Hast du jetzt das Rezeptbuch quasi kopiert? Ja, auf mein Notizblöckchen, natürlich. Ja, nicht das Rezeptbuch, sondern RDP habe ich, äh, habe ich abgeschrieben. Ja. Also, aber nur von den Sachen, die wir jetzt brauchen. Mhm. Kannst du nicht alles fragen. Ist gar kein Thema. Allwissend bis jetzt. No, nicht allwissend. Ich werde wieder vergessen. Aber für jetzt habe ich es auf den Notizblock. Ich denke, wenn du den ganzen Kaffee gemacht hast, dann hast du schon mehr Selbstbewusstsein, ne? Dann fühlst du dich wieder besser. Dann fühlst du dich nicht so nichtskönnend. Aber es ging mir auch so. Ich habe, das Erste, was ich versucht habe, war ein Rainbow Waffel und den ist mir in der Pfanne verbrannt. Oje. Ja, richtig. Die ganzen Zutaten waren kaputt. Aber Gigi war nicht böse. Gigi hat gesagt, oh oh, ich glaube, du musst Kaffee kochen. Ja, richtig. Manchmal muss man klein anfangen. Mhm. Ich glaube, das reicht dann für Kartoffels. Hast du gestern noch weiter gefeiert? Machst du bis zum Schluss da? Äh, ne. Ich bin beim Männischen gegangen. Ich weiß nicht. Ich glaube, es war so kurz. Nach zehn, viertel nach zehn bin ich gegangen. Ah, okay. Ja, ab um elf Uhr konnte ich es auch einfach nicht mehr. Das glaube ich. Ja, aber es war trotzdem bis ein Uhr wach. Aber den haben du halt nicht gehen lassen. Ah ja. Ja. No, ich hatte... Superkommt. Ja, wir hatten gestern den Drachenboot, dann... Äh, vorgestern war Drachenboot, gestern war halt Sallys. Heute Abend ist auch wieder Open End. Immer so lang, das ist... Äh... Das wäre es. Ja. Ja. Und dann waren da hunderten Leute. Äh... Äh... Ja, was haben die denn da gemacht bei dem Drachenboot-Fest? Äh, Drachenboot, ganz viele Aufführungen, hm? Das war ja von diesem asiatischen Kulturverein. Ja. Ähm... Und die haben Theateraufführungen gemacht, die haben, äh, Bands auftreten lassen, Kiki natürlich, sie ist ja japanisch. Mhm. Und ich vergesse immer, wenn diese Band heißt, von, äh, Dr. Bonnie und Edda, die haben ja auch ein Band. Aber die kenne ich noch gar nicht. Aber die machen zusammen Musik, das ist voll cool. Aber ich vergesse immer, wie die Band heißt. Ähm... Ja, und, äh, ein, ein Dombola und, äh, diese, äh, hier Seabries, die haben die Leute, äh, mit dem, äh, Segelbötchen mit rausgenommen und, äh, haben auch noch mal eine Geschichte erzählt, während sie um die Insel schiebern. Das war schon ganz cool. Aber unsere Theke war viel zu klein. Das war, das war ein... Ja, richtig. Wir hatten da zu zweit kaum Platz. Ja, okay. Muss man also kuscheln hinter der Theke. Ja, aber die hätten die Rüse ein bisschen größer machen können. Hm. Den Baufirma war da sehr spaßig. Ja. Äh, vier, noch mal zehn. Noch zehn Kartoffels. Oh, noch acht. Da war ja noch was. Okay. Ja. Ähm... Ja. 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 Oh mein Gott, ich bin echt zu doof zum Zählen. Oh mein Gott, ich bin echt zu doof zum Zählen. Hast du schon ganz viel Kaffee gekocht? Äh, der Kühlschrank ist auf jeden Fall wieder voll. Ja, dann kannst du noch mal probieren mit Kartoffels. Vielleicht schaffst du jetzt. Okay. Ja, ich möchte ja auch nicht, dass du an deinem Selbstvertrauen zweifelst. Okay. Also du hast ein Schneidebrett ganz, ganz fest in der Hand, ja? Mhm. Es ist ja dein Equipment, das du brauchst. Okay, ja. Okay. Und dann brauchst du nur noch zwei Kartoffeln, die du dir schön in die Mitte von dem Brettchen legst. Und unser Safe Zone Rezeptbuch, das legst du dir da drüber auch schön in die Mitte. Oder da drunter, ist egal. Aber drüber, dann kommst du besser an das Schneidebrett eigentlich. Aber es ist, glaube ich, egal. Ja, gucken. Das sieht gut aus. Wenn ich mich jetzt nicht noch schneide, dann... Das sieht doch schön aus. Na, gucken mal. Geht doch so, ne? Ja, sieht besser als vorher. Ja, sehr schön. Oh, jetzt hab's schon wieder Kartoffeln liegen lassen. Es geht kaputt. Brauchst du aber den Kartoffeln? No, alles gut. Ich hatte die doch hier auf der Arbeitsfläche stehen lassen. Aber... Also, du hast mich schon schön aufgeteilt, ja. Ja, richtig. Stell einfach dazu dann, auf Arbeitsfläche. Okay. So, das heißt, Kartoffeln haben wir durch. Äh, Liste. Kartoffeln so mal durchdreißen. Kaffee auch alles fertig, ja? Mhm. Äh, Kapu, Kakao und Cutie? Äh, der hab ich schon nicht gemacht. Okay. Dann machen Kakao. Okay. Was ist das? Es wird unser Kakao mit einem Milch schon mit Wasser gemacht. Ein, ein, ein Milch in Kakao-Pulver. Okay. Dann machen ich Cutie. Okay. Ach, jetzt weiß ich was. Äh, äh. Schlüssel. Dann machen wir vielleicht mal ein 뭐� strategies programme. Und dann machen wir, äh, wquar. Ich lasse nicht. Okay. Das k preguntas, ich은 wie, wNIE, w Play. Okay. Till then. Jetzt sagt er einen Moment. kakao waren nur drei die fehlten ich weiß nicht ob du zwei oder vier tassen rauskriegst ja schau mal ich glaube ich würde sagen dass wir sind 2000 so wie das aussieht dann reichen schon sonst haben wir einen zu viel außer du willst einen trinken dann kannst du noch zwei tasse machen vielleicht gleich wenn ich das bedürfnis danach habe so ich ein ich 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 Okay, das heißt Thema Kakao ist auch fettig. Ich glaube Risotto, Tomatensuppe und Kartoffelsuppe, da haben wir kein Rezept für. Ich glaube, die bestellen wir. Ich habe zumindest im RDP kein Rezept gefunden. Hier sind 10 und 12, sind 22. Da geht ja noch einiges hin. Da geht ja noch einiges bei Kartoffels. Na ja gut, ich glaube, das sind tatsächlich die einzigen Kartoffeln, die wir haben. Ich mache einfach den ganzen Rest. Risotto, Tomatensuppe und Kartoffelsuppe, hatte ich kein Rezept gefunden. Weißt du, ob wir die bestellen müssen? Ja, die bestellen wir, aber ich weiß jetzt gerade leider nicht so genau, wo. Also wir bekommen noch Kuchen und so bekommen wir von Cool Beans. Ja, das habe ich gesehen, dass das bestellt war. Und von Oma kriegen wir noch heiße, weiße und Einhornpups. Ich glaube, die sucht man so, kann sein, dass die von dieser Wurstpumpe kommen. Okay. Weil dafür gibt es noch keine Bestellung. Aber das ist ja jetzt auch nicht unsere Aufgabe. Also wir könnten höchstens noch eine SMS schreiben, ob es da eine Bestellung gibt oder noch gemacht werden muss. Ich schreibe gleich. Okay. Möchtest du noch etwas nippeln? Ähm... Ich schaue einmal kurz ein paar Blaubeeren durch die Saftpresse. Okay. Dann zwei bis kurz. Dann zwei bis kurz. Dann zwei bis kurz. So. Okay. ich mache auch noch ein paar kirchsäfte kannst du mal gucken risotto tomatensuppe und kartoffelsuppe wie viel wir noch haben kürbis risotto haben wir 15 25 21 hier drin tomatensuppe haben wir 23 und kartoffelsuppe 33 na es glaubt dann ist noch zu früh zu bestellen aber okay ja dann dann brauche ich keine sms schreiben dann vergessen wir das ich glaube das reicht okay okay wenn die nummer extra nachgesüßt mit zucker oder kommt er kann sogar dazu was sensorie gesagt gestatt hatte aufgeschrieben moment hat es aufgeschrieben also das ist nicht aufgeschrieben aber ich glaube da ist sogar drin aber muss er dp gucken es gibt eine bestellung okay okay ja doch wird noch nachgesüßt okay okay ach ja hast du spaß ja es geht da waren dann sehr viele zahlen in den müll aber ich mag dieses kartoffel sticks auch die sind total cool aber man darf davon nicht zu viel essen ist rohkost ist nicht gekocht aber ich meine wenn du so ein bisschen hunger hast oder irgendwo was nebenbei naschen will ich wollte sagen es ist ein teller kann man ja weil es ist halt wirklich ein snack genau so stellst du den teller dahin und dann nimmst du immer mal so 234 45 oder so und dann das ist schon ganz gechillt aber es ist halt weder gekocht noch gebacken es ist einfach nicht so viel stand extrem rdp nicht zu viel essen warum liegen denn hier hoffenweise märchen paprika und zucchini was machen wir daraus ist es nicht gemüsesalat oder so diese gemüsesticks auch glaube ich für die 24 7 bestellen die manchmal vielleicht wollten die kollegen dass wir davon noch was machen deswegen das hier die sind ja im außenlager ja da fehlt ja noch avocado und knoblauch meine ich da ist denn noch im außenlager viel davon maximal zauern ja das sind bei der theke in der küche liegen schauen wir gerade oder noch aus dem außenlager also da man sich ja schon mal schauen wie viel denn nach was ja Vielen Dank. Ja, das sind noch einige, aber ich glaube, wenn wir nochmal so 20 Stück oder so von machen, dann ist es wieder komplett voll. Ja, ich weiß nicht, ob wir machen sollen, ob die da im Außenlager nicht irgendwie schlecht werden. Ja, vielleicht haben die Kolleginnen das mit Absicht gemacht, dass die Gemüse halt hier drin ist und weißt du, was ich meine? Ja, aber gut, traust du dich halt auch noch ein bisschen. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ob das im Außenlager gekühlt wird. Ich würde dazu tendieren, es jetzt nicht, das Gemüse da zu machen. Okay, ja, nee, es ist auf jeden Fall noch genug da. Ja, aber ich frage mich, warum es hier im Arbeitsbereich liegt, weil hier ist es auch nicht gekühlt. Vielleicht wollen die das doch im Lager haben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht dahin gelegt, ich weiß nicht, was das soll. Nee, es kam nicht mit Wilson Farmen. Wilson Farmen habe ich hier gar nichts reingeräumt, das habe ich überall anders verteilt. Das ist der nicht, was das soll. So, muss noch irgendwas gemacht werden, weil ich glaube, bis jetzt sieht es wieder ganz gut aus der Kühlschrank. Ich hatte noch Rainbow Waffel, Rainbow Pasta, Aufzettel, Cutie, habe ich noch nicht angefangen. Eine Rainbow Pasta bestellen wir, glaube ich, auch, oder? No. Nee, ich kann auch sein, ich mich einfach gerade vertue. Also Rainbow Waffel und Rainbow Pasta können wir hier machen. Oh, okay. Soll ich es dir, ich kann dir kurz aufschreiben, wenn du Pasta machen möchtest oder Waffel? Äh, ansonsten, ich will mich mal, obwohl Pasta sehe ich gerade, äh, vertraue ich mir noch nicht zu. Okay. Äh, also, wo ist das denn? Naja, Waffel, ja, aber ich denke, Waffel schaffst du. Okay. Soll ich dir sagen? Mhm. Ähm. Blaubeer, also, ein Blaubeer, ein Himbeer. Moment, die schreibst du gerade selber auf, äh. Ja. So, ähm, wie war das? Ein Blaubeer. Ja. Ein Himbeerchen. Himbeere, ja. Ein Orange. Mhm. Ein Paket Zucker. Ja, Zucker, ja. Ein Paket Mehl. Zucker, ja. Und ein Dose Kokosnussmilz. Und Kokosnussmilz. Und Pfanne. Und ich glaube auch Rezeptbuch. Okay. Dann kriegst du sechs Waffeln. Mhm. Pfanne nicht vergessen. Ja. Fest in die Hand nehmen. So. Reberwaffel. So. Tsch, 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 tsch. Genau. Ein Blaubeerchen, ein Himbeerchen, ein Orange, ein Zucker, ein Mehl. Und dann gucken. Mhm. Okay. 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 So. Wie. How. So. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, warum arbeite ich nun mal so viel? Ich. Ja, weil viel zu tun ist. Ja, es war es. Die letzte Einzahlung, da ist der Verwendungstext nicht richtig gewesen. Du hattest, ich glaube, du hast deine Vorlage. Ja, sei es. Ja, richtig. Wir haben das jetzt nochmal zurück überwiesen. Du müsstest das bitte nochmal mit dem richtigen Datum... Okay. Mach ich sofort. Na, gar kein Thema. Ja, das passiert mir manchmal, dass ich den Vorlagen es anpasse. Ja, alles gut. Aber es ist halt dann immer... Also, das ist nicht schlimm, ne? Aber wir haben jetzt wieder zurück überwiesen und... Okay. ...es jetzt nochmal neu. Okay, guck den Amt da drauf, dass da nicht irgendwelche... Also, dass den Datum stimmt, oder was? Äh, nein. Also, ja. Sowohl Hunter als auch ich gucken da drauf. Ach so. Okay. Warum? Naja, ihr wisst ja... Ihr könnt ja sehen, von wann es kam. Ich zahle ja immer sofort. Aber es ist okay. Ich mach nochmal. Gar kein Thema. Ja, aber das ist ja nicht unbedingt. Weil es gibt auch, wenn Events beispielsweise über 0 Uhr drüber gehen und die Mitarbeiter erst nach 0 Uhr einzahlen... Ah, okay. ...dann passt das Datum nicht mit dem Verwendungszweck über... Wie, warte, Hunter, was? Du hast auch das falsche Datum. Ach. Äh, genau. Also nicht das Datum, neben was Hunter jetzt geschrieben hat, sondern bitte das Richtige. Ach, ich drehe echt durch mit euch. Entschuldigung? Nein, ich bin der... Gestern war der 23. Juni. Das zaffe ich. Gestern war der 23. Juni. Ja, das zaffe ich einzutragen. Jetzt ist es ja nicht mehr ganz so spät. Was soll ich hier so sagen? Ja, Hunter hat gesagt, er hat es extra falsch gemacht, damit du dich nicht schlecht fühlst, damit ich auch mit ihm mecker. Ah. Sehr gut. Gut. Okay. Okay, dann, äh... Kommt sofort wieder mit richtiger Datum. Ja, alles gut. Langsam laufend abends, ist alles okay. Oh, alles gut. Dann, äh... Ja. Pass auf dich auf. Ja, ihr auch. Bis später. Bis später. Pass auf. Wegen. Tschüss. Bis später. Search. ne ist суert mir so er必 paraancy. Assisiass mir auch von dirhung. Ja, das war so ganz genau klappt. beinvielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfielfśli fucks desまぁ然後 mal ich kann, so mitod King Potter weil wir schowagenjuna und Noah, Amen. Also Nancy wollte einmal, dass ich das Datum bei der Überweisung bitte mit da rein schreibe. Ich habe gestern... Achso. Ja. Ich habe gestern einfach meine Vorlage genommen und vergessen, den Datum einzusetzen. Ui. Ja, ist... Ja. Naja, gibt Schlimmeres. Ja, mir wäre das Zeiss egal als Zef, aber naja, sie ist das Dränger. Okay. Aber ich meine, sie sieht ja, an welchem Tag das überwiegend ist. Ja, richtig. Okay. Und sie sieht ja auch die Bestellung und der Betrag ist identisch. Naja, ich glaube übrigens, Waffeln, ich bin auch eine Nummer zu hoch, leider. Ah, okay. Aber hast du Zutaten da? Auf der Arbeitsplätze? Äh, jetzt habe ich sie leider wieder weggebracht, aber ich kann sie wieder bringen. Ja, bitte. Achso, du machst doch noch kein Ding im Tier, äh... Warte, was? Passt da. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob es cutie oder... Soll ich die Waffeln machen? Jetzt bin ich verwirrt. Ist mir eigentlich egal, wie egal. Ich glaube, der Rest ist mir einfach eine Nummer zu hoch. Okay, warte mal. So, Waffeln. Okay. Pasta. Cutie. Die Säfte waren fertig. Mhm. Äh, vielleicht Cherry Shake für dich. Oh, okay. Und, äh... Kann ich es dir sagen. Ja. Ein Kokosnussmilz. Kokosmilz, ja. Achso. Ja, wir brauchen zwölf. Also, ich sag dir direkt, ja, egal. Ähm, also zweimal eins Kokosnussmilz sozusagen. Ich sag einfach zwei. Also, du musst alles nachher nochmal in die Hälfte aufteilen, auf der Arbeitsfläche. Okay, ja. Also, zwei Kokosnussmilz, zwei Vanilleeis, vier Kirschen, zwei Banane, zwei Sahne, einmal flüssig, ne, zweimal flüssige Vollmilchschokolade. Flüssige Vollmilchschokolade, ja. Und du musst den Mixer in die Hand nehmen. Okay. Mit Mixer. Ja, das ist. Und wenn du die dann jeweils durch zwei Teils auf der Arbeitsfläche, dann sollte das klappen. Okay. Und das Rezept dazu steht in dem Safe Drinks Ding mit drin? Äh, ich glaube, du brauchst das Buch nicht. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst es, dann legst du es noch dazu. Okay. Ja. Alright. Ähm. Mhm. Ja. Okay, ich schau mal. Ja, okay. Okay, dann suche ich mal Zeug für Waffels. Mhm. Ähm. Zucker und Mehl. Ich schau mal, ich schau mal. Zucker, Mehl, Kokosnuss, Mehl. Blaubeeren, Himbeeren, Orange. Blaubeeren, 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 Orange. So, jetzt esse ich eine Rainbow Waffel, die wir noch hatten und dann mache ich es noch mal 6. So habe ich Platz. Ah, come on. Hola, Betty. Hallo, Destina, was machst du? Äh, Safe Zone, kochen. Ich war schon, äh, ich war doch schon drüben in der Safe Zone. Ja, wir sind ja auch in der Küche. Ach so, komm raus. Ja, natürlich, wir arbeiten unsichtbar. Ja, richtig. Aha, okay. Ja, dann sehen wir uns später. Okay. Dann. Ciao, ciao. Tschüss. Boah, dieses In-Ear-Headset ist die geilste Erfindung ever. Seit ich das habe, kann ich einfach die, habe ich die Hände frei und kann weitermachen. Den gibt's bei Digital Den. Total geil. Äh, es gibt eins für 75 Dollar und eins für 200 Dollar, aber da man das unter meinen Haaren sowieso nicht sieht, habe ich das billiger genommen. So langsam sind jetzt doch der Preis noch egal eigentlich. Ja, der Preis ist egal, natürlich, aber wenn man das sieht, dann ... Aber sieht das andere einfach stylischer aus, oder ...? Ja, ja, erstens das und die anderen sehen halt auch, dass du eins hast. Ah. Und vielleicht wollen sie es dir abnehmen. Ach, okay. Und meins ist total gut versteckt, ey. Du siehst es, du siehst es so, wenn du den richtigen Blickwinkel hast, weil ich habe am rechten Ohr so ein bisschen rot. Mhm. Ähm, das, äh, kannst du gerne mal gucken. Moment. So. Aber du musst sehr genau hingucken. Mhm. Deswegen, die meisten Leute sehen gar nicht, dass ich eins habe. Das ist total cool. Deswegen habe ich auch nicht Angst, dass ich, wenn ich überfallen werde, dass sie mir das abnehmen. Ja, und selbst wenn sie es mir abnehmen, dann habe ich halt nicht 200 Dollar Equipment verloren, sondern 75, ey. Das stimmt, ja. Und das ist total geil. Du kannst damit Auto fahren und lenken und telefonieren, du kannst damit beim Motorradfahren telefonieren, äh, oder halt beim Kochen weiterreden, oder wenn du irgendwas hin und her schiehst. Du kannst einfach während der Arbeit sprechen. Das ist total geil. Mhm. Du musst ja nicht den Handy an Ohr halten. Ja, richtig. Ey, beim Auto habe ich jetzt rausgefunden, äh, gibt es eine Freisprechanlage, die ich da irgendwie mit Bluetooth verbinden kann. Der gut. Ja. Der gut. So. Cherry Shake sind fertig. Sehr schön. Dann fehlt, glaube ich, nur noch, äh, Cutie und Pasta, ne? So, jetzt schaue ich mal gerade. Ach, die sind ja unten, ganz im Regal. So. Ich glaube, dann fehlt nur noch Cutie und Pasta. Mhm. Weil Waffeln mache ich noch einmal sechs Stück. Okay, willst du mir sagen, was, äh, noch in den Cutie kommt? Da schrei ich mich jetzt auch gerade auf. Ähm, wieder zweimal. Ähm, weil wir brauchen acht Stück. Also wieder den, äh, die wieder aufteilen, die Zutaten, ja? Mhm. Okay. Dann zwei Erdbeerchen. Ein Cutie. So, Erdbeere. Ja. Zweimal. Zweimal, ja. Zwei Vanilleschote. Vier Teeblättchen. Also Teeblatt. Blätter. Okay. Ja. Vier, vier Teeblätter. So. Ja. Äh, und vier Wasser. Und Wasser. Okay. Aber da brauche ich jetzt keinen Mixer oder so für, ne? Ich glaube nicht. Eventuell Rezeptbuch. Ja. Äh, ist ein Drink. Also Drinkbuch. Mhm. Ja. Ja, ist es. Okay. Oder halt ohne Buch, das weiß ich nicht. Mit oder ohne? Na, beim... Wirst du schon merken. War besser mit, äh, sag ich. Ja, wirst du schon merken, mit oder ohne? Ja. Okay. So, ich brauche nochmal jetzt. Äh, Blaubeerchen, Himbeerchen, Orangen. Ich brauche nochmal jetzt. Ja. 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 1 Zucker, 1 Mehl, 1 Kokosnuss 1 Zucker, 1 Zucker, 1 Kilo 1 Zucker, 1kilo 1 Zucker, 1 Kilo Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe tatsächlich mal die Zutaten für Rainbow Waffel im Laden gekauft und versucht zu Hause zu machen mit meiner Haushaltspfanne. Das geht nicht. Nee, hat es nicht geklappt. Ja, richtig. Und dann bin ich einfach hier rein, habe die Industriefanne genommen, dieselben Zutaten, es hat geklappt. Faszinierend, oder? Ich glaube, meine Haushaltspfanne ist einfach zu klein oder zu schlecht. Bestimmt. Das ist irgendwie Cina-Ware. Hier kannst du in der großen Pfanne, kannst du ja auch ein paar gleichzeitig machen. Mhm, ganze sechs kann ich da reinstappeln. Ja, Industriefanne ist einfach riesengroß, he? Mhm. Aber es ist gut zu wissen, dass es nicht zu Hause funktioniert. Das heißt, wenn jemand den Rezept klaut, kann der nicht selber machen. Außer er hat auch Industriefanne. Außer er klaut doch die Pfanne mit dazu. Ja, sei so. Ja, aber da muss er ja hier rein und die Pfanne mitnehmen. Ja gut, das ist schon sehr... Oder wahrscheinlich... Ach, apropos vorne, ich mache mir mal ein bisschen Spude, ne? Mhm. Es soll denn dein Equipment sauber zurückgeben. Mhm. 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 So, saubere Pfanne, saubere Snipe-Bretzen. Alles wieder sauber. Ja, und nichts vergessen zurückzulegen. Nicht mit nach Hause nehmen. Wow, endlich habe ich einen Mixer zu Hause. Wo kommt denn der her? Manchen Leuten passiert das tatsächlich, dass sie es vergessen. Das glaube ich. Immer direkt zurücklegen, wenn du nicht mehr brauchst. Ich glaube, das ist nicht so gern gesehen, dass du mit einer Industrie vorne durch die Weltgesichte läufst. Und besonders, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, beim Kasa so ein bisschen durchsucht wirst, dann musst du das erst mal erklären, warum du eine riesige Pfanne mit dir rumschleppst. Ach, restes. Das wäre dann schon wieder peinlich. Auch das ist tatsächlich schon mal passiert. Also nicht mir. Ich habe eine Story gehört, ja. Ich habe tatsächlich eine Story gehört, dass eine von uns die Industriepfanne noch irgendwie in der Hand hatte, ganz locker Flockis. Und beim Kasa dann weggesickt wurde. Läufst einfach ganz entspannt rein. Hast du eine riesige Pfanne. Warum haben sie jetzt für die Mitarbeiter hier, keine Ahnung, Rühreis oder so gemacht? Oder warum haben sie diese riesige Pfanne dabei? Ja, richtig. Ich glaube, die Nino hatte das erzählt. Die ist ja auch bei Mary Wether. Ach so. Und ich glaube, sie hatte erzählt, die haben schon Leute nach Hause geschickt, die irgendwelche Pfannen in der Hand hatten. Ja, macht auch Sinn. Ja, aber wer schockiert denn mit einer Bratfalle in der Hand in einen Amt rein? Tja. Ja. Siehst du, das ist anscheinend schon mal passiert, du. Ja. Aber da muss man so hart verpeilt sein. So, lass uns nochmal gucken, ob wir jetzt fertig sind, ey. Ja, also ich habe meine Cherry Shakes verprachtet. Ja, gut. Kuchen wird geliefert. Waffel sehr gut. Pups wird geliefert. Kartoffelchen. Ach, ich wollte noch eine Kartoffeln machen, ne? Ah, ne, ich kann keine Kartoffeln mehr machen, wir haben keine mehr. Äh, Pasta. Die Pasta fehlt noch. Und einen Pups bestellen wir auch? Ja. Ja, ne? Er kommt von der Oma Dingens. Ach, stimmt, die machen auch die heiße weiße. Okay, ja. Omas Schokoladen-Dingsbums, keine Ahnung. Äh, Latte Macchiato, du hattest nicht zufällig Espresso über, ne? Äh, Espresso nicht mehr, leider, nein. Okay. Na gut, ein Tee lohnt sich nicht. Äh, Säfte, Kirschsaft geht noch ein bisschen. Wie viel hast du immer aus der Presse rausbekommen? Äh, ich glaube, es waren, wenn ich mir sagen, so vier volle Gläser, glaube ich. Okay, dann Kirschsaft besser nicht machen. Weil sonst... Ja, ich kann sagen, wird es ein bisschen sehr voll, ja. Ja, es ist. Es fehlt ja nur einer. Ne, es fehlen drei. Naja, okay. Ja, wobei, es hat ein bisschen Durst. Ich könnte noch eine Runde Kirschsaft machen und einen trinken. Äh... Ist gestattet. Ja, natürlich. Wir dürfen ja bei der Arbeit unsere Sachen auch selber nutzen. Äh, ich denke, das gilt auch für Kochen. Bestimmt. Ja, richtig. Also, das heißt Pasta und Kirschsaft. Ach Gott, wie viel Pasta denn? Massig. Okay. Ich mache erst mal ganz entspannt ein Kirschsaft. Ah, okay. Äh, Kirschsaft. Ich muss nochmal jetzt selber in RDP sauen. Kirschsaft. Äh, Saftpresse, vier Kirsche, zwei Wasser, zwei Zucker. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Zwei Wässerchen, zwei Zuckers. Zwei Päckchen Zucker. Zwei Wässerchen, zwei Zuckers. Zwei Wässerchen. 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 Sehr gut. Eingang gespart. So. Vier Gersen. Zwei Wasser. Zwei Zucker. Und ein Mixer. Den guten Mixer. Das ist ein Kaffeemühle. Das ist ein Saftpresse. Da ist unser Mixer. Ich glaube, mit der Kaffeemühle wirst du nicht so viel erreichen. Nein, richtig. Dann habe ich es klein gesnitten. Früchte. Okay. Vier Gersen, zwei Wässer sind, zwei Kückgassen. Und was sein ist, auch das Getränkebuch. Nein. Ach, am Montag. Ohne Buch. Kannst du auch eine Schicht mitmachen. Okay, schön. Aha. Scheiße. Ich habe doch den Mixer in der Hand. Bin ich schon wieder am falschen Fleck. Jetzt hast du das, wenn ich keinen Platz auf der Arbeitsweste habe. So. Das ist ein Mixer. Vier Gersen. Zwei Wasser. Zwei Zucker. Da sind noch. Das ist ein paar mehr Kirchen. Die sind noch so klein. Ich glaube, da braucht es ein paar mehr. Stand doch in der DP4. Ja, wie viel hast du vier? Ja. Bin ich jetzt doof? Vier Kirchen. Vier Kirchen. Zwei Wasser, zwei Zucker. Ja, richtig. Ja. Oder können wir jetzt beide nicht lesen? Das habe ich doch eben auch gemacht. Genau so. Kirschsaft. Saftpresse. Vier Kirsch, zwei Wasser, zwei Zucker. Ach, Saftpresse. Ich habe den Mixer in die Hand genommen. Okay, ich bin doof. Ah, okay, ja. Wenn man eine Presse nicht von einem Mixer unterscheiden kann, ne? Ja, ich glaube, mit den Kirschkernen, da hätte es ein bisschen... Ja, gut, dann hätten wir gar nicht jetzt den Mixer gut kaputt gemacht. Gut, dass ich es im letzten Moment gemerkt habe. Okay, Gigi, wir brauchen schon wieder einen neuen Mixer. Die Kürs gerne wurden mitgemixt. Was hast du später vor? Die Betty wollte noch irgendwas machen, ne? Oh, du kennst Betty auch? Ja, natürlich. Sie wohnt direkt neben mir. Oh, okay. Also, ich weiß nicht, ob... Ich habe mal Tee getroffen an einem Abend. Ja, cool. Ja. Ich stand so allein am Tisch und ich bin ja auch allein dahinten. Da habe ich gedacht, oh, gehe ich mit zu ihm gesellen? Ja, Betty ist cool. Aber sie war ein bisschen traurig, dass ich so viel arbeite. Und jetzt habe ich ihr versprochen, heute mache ich nur Küche und heute Nachmittag habe ich Zeit für sie. Ja, sie war ein bisschen traurig, dass ich nur arbeite. Aber ich war ja bis gestern auch in Probezeit. Heute um 20 Uhr Beerdigung. Okay. Oh. Eine öffentliche Einladung. Okay. Wer wird denn beerdigt? Hier steht nur, dass der Happy heißt. Aber nicht, wie er weiter hieß. Ich kenne keinen Happy. Ich auch nicht. Ich habe ja circa auf Venture was gepostet. Ja, von Old Palito, glaube ich. Sie hat ein Foto gemacht, ne? Ich glaube. Ich habe das gestern auch nur ganz kurz gesehen. Ich habe noch gar keinen Kommentar geschrieben. Äh, wo war denn diese coole Sporttasche? Wo hast du die her? Von draußen, von der Theke hole ich die mal mit. Ich kann sie dir aber jetzt auch gerade geben. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Dann kann ich so ein bisschen was von dem Pasta da reinstopfen. Mhm. Also für die Pasta. Äh, die Pasta lieber nicht. No, no. Das gibt ein Sauerei. Also nach der Pasta. Wie heißt du eigentlich auf Venture? Heißt du einfach nur das Tina? Delgado. Kannst du mich einen Freundschaftsanfragen zicken? Mhm. So. Jetzt wird es interessant. Ein Rote Beeten. Und, äh, Spinat. Ich habe keine Vorstellung davon, wie viel Pasta man da rauskriegt. Äh, Roten Beeten. Oh. Das Hellis hat schon so früh geöffnet. Hä? Haben die gestern versuchen, haben die gestern vergessen zuzumachen? Ich weiß nicht. Die haben aber gerade gepostet. Warte, ich guck mal. Ja. So viel gefeiert gestern Abend. Kommt vorbei und genießt den kühlen, alkoholfreien Cocktail. Oh, cool. Ja, Nancy hatte mich ja auch schon angerufen. Achso, ja, stimmt. Also nicht, weil ich arbeiten soll, sondern wegen der Überweisung, ja. Ja, richtig. Ja, dann machen die das gerade da ganz entspannt scheinbar. Mhm. So, Rote Beete. Ah, mein Gott. Ich habe keine Vorstellung davon, wie viel. Ich nehme mal den ganzen Fünfer-Päckchen hier. So. Ähm. Rote Beete haben wir. Spinat. Nehme ich auch mal einen. Eine Zwölfer. Obwohl, wenn ich zwölfmal Spinat habe, sollte ich vielleicht auch zwölf Rote Beete haben, hä? Den Rest kann ich ja zurücklegen. Ja, den Rest lege ich zurück. Alles gut. Äh, Spinat, Rote Beete, Paprika-Bulver. Das war nebenan. Oh mein Gott. Ein Zweitschlüssel für ein Auto kostet eigentlich 300 Dollar. Wirklich? Ja, und die Dame, von der ich gestern das Auto gekauft habe, die hat mir ihren anderen Zweitschlüssel einfach so mitgeschenkt. Cool. Yay, 300 Dollar gespart. Sehr gut. Sollte ich jemals, also wenn du irgendwann mal ein Auto brauchst, ich habe jetzt einen Zweitschlüssel. Leider wohnst du, glaube ich, sehr weit weg von mir. Das lohnt sich nicht. Ich weiß nicht, wo wohnst du? Ich wohne hier gegenüber. Ich wohne in Rockford Hills, das ist neben der City Hall. Das ist nicht so weit. Aber ich brauche keinen Zweitschlüssel. Dann, wenn ich vergesse, wo ich geparkt habe und du dann fragst, wo ist mein Auto, ist seisse. Dann weiß ich nicht mehr. Doof. Ja, richtig, deswegen, das möchte ich nicht. Also ich müsste nicht für dein Auto die Verantwortung mittragen. Okay, kein Problem. Ja. Oder wenn ich irgendwie einen Schaden mache oder so. Nee, 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 nee. Ach, das Al Dente hat es ja gestern zugemacht. Oder, was wir machen können, du kannst mir den Zweitschlüssel geben, aber... Du hast ihn dann einfach nur... Ich wollte gerade sagen, ich bringe dein Auto immer dahin zurück, wo ich es herhabe. Ich lasse ihn nirgendwo anders stehen. Ah ja, der Schlüssel ist sowieso in meiner Wohnung, weil ich ihn halt erstmal einfach keinen Sinn gesehen habe, warum ich jetzt erstmal einen Zweitschlüssel mithaben muss. Aber hey, wenn ich meinen, erst mal verliere, habe ich zu sicher schon mal noch ein Zuhause liegen. Ja, okay. Also, wenn du mir den eines Tages geben möchtest, dann verspreche ich dir, ich bringe das Auto immer dahin, wo ich es herhabe. Und wenn ich einen Boiler reinfahre, gebe ich dir auch Geld. Ah ja, gut. Also, das kann ich dir anbieten, weil ich möchte dieses Auto auch haben. Also, jetzt nicht deins, sondern dieses generell. Also, Cabrio ist... Der Megacool, ne? Ich bin dann mal über den Highway damit gefahren und das ist ja richtig gut getan. Einfach nur der kalte Fahrt, Wind. Ja. Ja, aber wenn ich so lange mit deinem mitfahren kann, wenn du es nicht brauchst, also wenn du schläfst oder so... Und ich würde dir versprechen, ich bringe es immer dahin zurück, wo ich es herhabe. Und wenn ich einen Unfall habe, dann schreibe ich es dir sofort. Und dann ziegst du mir die Rechnung. Ja. Muss man so einen Zweitfahrer, den muss man irgendwo angeben? Ne, ne? Ich weiß es gar nicht. Ein Zweitschlüssel? Na, ja, richtig. Du musst ja dein Auto anmelden, dein Kasa. Ja, ist es ja. So, und wenn ich jetzt einen Schlüssel für den Auto habe, muss einer von uns das irgendwo sagen? Also, muss ich das dem Kasa sagen oder so? Ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist auch nichts. Ich auch nicht. Das ist eine gute Frage sogar. Hm. Also, ich meine nicht. Ich glaube, man muss nur den Fahrzeughalter anmelden. Hm. Naja, gut. Und wenn ich vom Polizier angehalten werde und die sagen, das ist gar nicht dein Autodestinal, dann kann ich sagen, ja, das ist von Enja. Ich weiß. Ja, da hast du auch einen Schlüssel. Ja, richtig. Na gut. Na gut, kann es natürlich noch sein, dass du mich überfallen hast, aber... Ja, natürlich. Die werden dich ja fragen. Also, wenn die da irgendwelche Zweifel haben, werden die dich ja anmailen oder anrufen. Und wenn du denen sagst, dass Dina hat geklaut, dann bin ich's traurig. Ja. Oh mein Gott, ich sehe gerade, wer hier unter Bettys Bild kommentiert, voll fies. Warum? Hier hat jemand drunter geschrieben, ein Doni. Das nächste, das erste Wort ist wahrscheinlich irgendwie spanisch. Also, Merda, wie war es eigentlich damals mit den Dinos, um Nahrung zu kämpfen? Das ist doch lustig. Das ist doch witzig. Ja, Bettys Antwort darauf guckt ihr das Bild genau an, weil dann weißt du, wer gewonnen hat. Ich liebe Betty. Betty ist super. Betty ist super cool, ich liebe sie. Ach ja. Ich hab's ja seit dem Varité leider nicht mehr getroffen. Ja, wenn du möchtest, wir können was unternehmen. Ich kann dir mal schreiben. Ja. Kannst du dir sagen, wir sind fast fertig. Wir müssen nur noch ein bisschen Nudels kochen. Äh. Ja. Okay. Mehl. Ach du Scheiße. Äh. Mehl 24. Okay. 24 Mehl. Ja. Okej. Hm. Hm. 24 Mehl, 12 Wasser, 12 Salz. 12 Wasser, 12 Olivenöl und 12 Pesto. 12 Wasser, 12 Olivenöl und 12 Wasser, 12 Olivenöl. 12 Wasser, 12 Olivenöl und 12 Wasser, 12 Olivenöl und 12 Olivenöl. 12 Wasser, 12 Olivenöl und 12 Wasser, 12 Olivenöl und 12 Olivenöl. 13 Olivenöl und 12 Wasser, 12 Olivenöl und 12 Wasser, 12 Olivenöl und 12 Olivenöl. gucken wie viel man da abfüllen muss oder kann dann habe ich eigentlich für die pasta alles beisammen so okay das war mein gott jetzt muss ich doch noch mal gucken so damit ich den reihenfolge hier nicht vertauschen die naht rote beete paprika pulver also spinat rote beete paprika pulver die wasser und bestow bestow müssen wir dann auch nach produzieren ich gucke mal wie viel fehlt ja wobei lasst uns erst mal gucken ob das wie viel pasta wie überhaupt daraus kriege ja wie viele portionen das herr ist es okay dann erstmal leg ist die tasse wieder ab die ach die war von draußen ich lass sie aber erst mal hier liegen okay gut dann ist brauche einen schönen topf ach seien ich schau dir einfach mal so über die schulter ja ich weiß nicht ob es ich habe das ich habe die saftpresse noch nicht gespult du kannst ruhig gucken ich kann einen saftpresse und einen topf das krieg ich hin okay die die saftpresse die steht die muss ich halt noch spülen da muss ich schon denken okay also okay äh was war denn spinat eins erstmal von jedem eins außer von dem mehl na komm schon ich hasse es eh so äh hiervon brauche ich zwei äh von dem wasser brauche ich auch eins und von dem salz auch eins und von dem pesto natürlich auch okay dann ist das alles schön sortiert und dann klatschen wir das was wir in den topf rote beten afrika pulver klein mal mehr salz pesto und wahrscheinlich ich gehe davon aus auch den rote beten okay okay äh ach was habe ich vergessen olivenille habe ich vergessen noch einmal noch einmal also oh ach mein gott so spinat roten beten hola anständig natürlich mache ich es anständig den mehl den salz äh welches neues auto steht da draußen den wasser ja ist total suß oder wie läuft es eigentlich bei deiner suche nach einem fahrbaren untersatz ich habe ich habe es damit nicht eilig also auf der suche nach einem roller ja und ich habe nicht im lotto gewonnen ich hätte da zu hause einen rumstehen den du fahren könntest in der zeit okay ja weiß nicht du willst ich benutze ihn gerade nicht ich habe ein eigenes auto ach so ach ich denke du hast jetzt ein tulip ja dann hätte ich ich hatte auch vorher ein asia und du kannst halt gerne meinen roller fahren in der zeit wo ich halt ja das ist das ist sehr lieb weil ich glaube hier enja deinen ist auch ein 2 sitzer richtig ja dann würde ich eher den roller nehmen als den deinen cabrio ach ja könnt ihr ihn ja richtig das ist cool nino du kaufst dir ein auto und willst du ihn dann direkt weitergeben nein nein nur ein bisschen teilen genau die liebe dame die hat für mich aber direkt einen Zweitschlüssel mitgegeben ja richtig aha guck mal das töpfchen reicht für drei portionen pasta ok wie viel brauchen wir nochmal oh wow ja viel ja ich weiß viel aber wie viel äh wo ist es ach da ist es ja jetzt habe ich es irgendwie mathe mathe was macht ihr denn gerade eigentlich nur noch basta dann sind wir fertig dann haben wir alles noch so ein bisschen aufgefüllt äh ok das sind drei sechs zwölf und noch eine reihe wären 15 das heißt geteilt durch drei ich würde dann gerade ihr habt jetzt also ihr nehmt euch jetzt den rest hier raus ja weil dann mache ich gerade einmal lagerkontrolle was noch so da ist ja ok was sollen wir rausnehmen wir sind dabei zu kochen ja also das was wir jetzt noch braun wir machen nur noch pasta voll ja ich weiß es geht nur darum was wir noch an äh lagerkram dann im lager liegen haben also ja was wir für zutaten dann lose noch im lager haben weil dann ergänze ich im äh dem arbeitsmappe grad die lagerliste ok aber es kann ja ich denke das was wir auf der arbeitsfläche haben verkochen wir ich weiß nicht ich denke dann reicht es auch ok ja gut dann gehe ich an äh fange ich beim trockenlager an und kontrolliere da alles was wir da noch haben und äh ich glaube das wird schon funktionieren ja ich glaube auch ich glaube auch das ist ich habe das glaube ich ganz kurz abgesetzt ich kann dann ruhig ein bisschen lauter reden dann kann ich mich mit euch unterhalten seh natürlich hattest du noch viel spaß bei opi gestern äh ja so ewig lang hatten die grad tatsächlich gar nicht mehr offen also wir sind dann auch kurz nachdem du gegangen bist wurden wir rausgeschmissen ah ok so jetzt lege ich es mir alles bereit und dann habe ich es dann wird der doch dann wird der topf mal richtig heiß nino weißt du das vielleicht wir haben eben gerätselt muss man den zweiten fahrer irgendwo registrieren oder ist das so dass wenn ich angehalten fahrer eintragen lassen ihr müsst aber immer bewusst sein wem das fahrzeug gehört wenn ihr gefragt werdet also es kann auch sein dass die polizei dann bei demjenigen nachfragt ja ja das dachte ich mir das fahrzeug zu fahren das dachte ich mir doch einfach ins casa gehen und dort dann sagen hier ich möchte gerne den und den als zweiten fahrer mit eintragen lassen okay das geht das heißt dass weniger probleme das heißt das würdest das würdest du dann eventuell mit mir auch tun für den roller ähm tatsächlich ja wir müssen gucken ich habe halt jetzt gerade im moment nur einen schlüssel ich kann aber jetzt soweit ich das mitgekriegt habe auf ein bei quickies die haben heute irgendwas habe ich auf venture gelesen irgendwann haben die so ein event wo du direkt hingehen kannst und auch direkt die halter abfrage machen kannst weil das dauert sonst immer wegen dem zweitschlüssel aber ich kann ja auch erstmal nur meinen geben und du musst mir halt versprechen dass mir ein wieder gibt ja natürlich ich verspreche dir auch dass ich dir sofort bescheid sage wenn ich einen unfall habe und so also wenn du den gar nicht mehr brauchst dann bringe ich dir noch einfach selber in die werkstatt aber ich würde dir ja trotzdem mitteilen dass ich einen unfall hatte ich hoffe nicht dass du einen unfall hast ja ist auch nicht aber nur für den fall das mir also mir ist bewusst das ist dein auto also roller in dem fall mein auto ja richtig dein zwei rad auto weißt du warum hier zucchini paprika und Möhrchen auf der Arbeitsfläche liegen. Das ist ja für diese Gemüsesticks, glaube ich. Aber die sind eigentlich im Außenlager noch gut da. Ne, weiß ich tatsächlich nicht. Ja, weil ich habe mich gerade gefragt, ob die nicht wieder zurück ins Regal müssen. Die sind ja hier nicht oder werden die schlecht oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer die da hingelegt hat. Räumst du einfach weg, wenn ihr sie nicht braucht? Ja. Okay. Ich dachte... Die haben Paprikapulver gebraucht, richtig? Ja, richtig. Hier liegt einiges davon für Basta. Ja, ja, alles gut. Ist nur so wenig im Vergleich zu dem, was auf der Liste draufsteht. Okay. Ich habe zwölf Stück rausgenommen. für die Pasta. Das liegt hier drüben. Ja. Dann würde ich das Gemüse mal eben zurückräumen. Ich hoffe, du hast es noch nicht gezählt. Nee, da bin ich gerade. Hast du da noch Knoblauch dabei? Nee, Knoblauch habe ich für die Pasta. Nee, oder? Scheiße. Wofür haben wir Knoblauch gebaut? Wir haben eben mit Knoblauch irgendwas gekocht. Ja, ja, alles gut. Wenn du jetzt nicht auf der Arbeitsfläche noch irgendwas liegen kannst, was du dich rüberbringst, ist alles gut. Das Einzige, was ich jetzt bringe, sind 20 Möhrchen, 20 Paprika und 40 Zucchini. Weil ich weiß nicht, warum die hier liegen. Alles andere, was... Ist der Zucker denn so weiter unten? Egal, ich frage einfach nicht. Ich glaube, das ist so gewollt. Ja, das ist so gewollt. Okay. Alles... Wie viele Möhrchen bringst du mir? Warte. Äh, 20. Äh, kopfrechnen heute schwierig. So. Äh, sind 5 Kisten, sind 10 Kisten, sind... 2 Kisten Möhrchen. 15. Ja, ja, ja. Oder ich schläge es einfach rein und dann ist es leichter zu zählen vielleicht. Nee, nee, ist okay. Ich muss nur... So, 174. Doch, man kann sein, dass die letzten Dings eingetragen wurde, die letzte Lieferung im Lager. Ich meine, April hat die letzte Lieferung eingetragen. Ich meinte, ja, aber ihr habt hier Möhrchen benutzt und ich habe trotzdem mehr als in der Liste drauf... in der Liste gestanden hat. Nee, wir haben die Möhrchen gar nicht genutzt. Die lagen auf der... auf der Arbeitsfläche rum und wir haben uns gefragt, warum. Ja, stimmt. Die fahren einfach da. 90 sind 91 Zucker. Sag mal, bin ich jetzt zu doof für Paprika? Kommen die unter die Erdbeerchen? Kommen die nicht raus? Raus? Ja, ich glaube, die liegen noch draußen im Außenlager. Die liegen noch draußen im Außenlager. Paprika! Die Möhrchen werden auch meistens draußen geschnippelt. Ja. Ach so. Hinten in dem kleinen Kühlschrank. Okay, aber die Möhrchen sind doch hier drinnen. Ja. Draußen sind welche und ich glaube, hier drin sind auch welche. Also gehören die eigentlich alle nach draußen? Ach man. Ich kann mal gerade schauen, wie viele draußen rumliegen. Vom Lager her, wenn ihr da reinguckt, bitte nichts reinlegen, was auch nicht in dem Lager drin ist. Sonst trete mir Titi den Hals um. Ja, aber das ist ja jetzt verwirrend, dass wir drinnen und draußen Möhren haben. Ja, die Gemüsesticks beziehungsweise das, wofür wir Paprika brauchen, das machen wir meistens draußen. Oder bin ich da verkehrt? Ja, ich habe keine Ahnung. Die Gemüsesticks, oder? Ja, richtig. Ja, genau. Und draußen ist auch ein Schneidebrett, das machen wir meistens draußen. Ja, das ist soweit so logisch, aber jetzt weiß ich ja trotzdem nicht, aus welchem Regal die Möhrchen stammen, die da zufällig rumlagen. Das ist ja kein Problem. Hier können die ruhig rein. Hier ist ja noch Platz. Okay, aber das andere definitiv draußen. Okay. Okay. Achtung! Also hier draußen ist eigentlich gut voll ja 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 aber total überfüllte ich habe jetzt nur ein bisschen paprika nachgelegt möchtet und zucchini fehlt aber ja zucchini haben wir hier draußen gar nicht aber sie meinte ja zucchini auch draußen ja gurken sind hier also vielleicht meinten sie die ich habe keine aber ich das verwirrt mich so die liest irgendwelche lagerlisten ab die ich nie gesehen habe ich hab die auch noch nie gesehen ich habe zucchini und hier liegen gurken ok rezepte rezeptübersichter gemüse stickmix knoblauch avokado kohlrabi paprika gurke möhre und zucchini wird für den couscous salat verwendet aber okay aber wenn ich jetzt raus ich wollte gerade sagen okay gut dann ich schließe jetzt ab so hier hinten ist auch zu ja okay ja ich gucke immer fünfmal ob alles abgeschlossen ist vor allem draußen drinnen müssen wir nichts abschließen außer die tür also die küchentür da würde ich den schlüssel eigentlich nie in die hand nehmen dass die immer zu ist so außenlager ist auch schön zu so jetzt muss ich nur noch finden paprika und zucchini zuckini ist randvoll deswegen vielleicht ist lack auf der arbeitsfläche das kann sein ja okay und weil draußen paprika voll ist jetzt ergibt langsam alles ein gesamtbild langsam verstehen wir was das sollte mit der arbeitsfläche weil drinnen und draußen das regal voll ist zwischenlager so er ist es nee drinnen und draußen sind die komplett voll die rein paprika reihe gibt es hier glaube ich gar nicht ja wird paprika nur draußen gelagert ja dann ist komplett voll ja da deswegen lag es wahrscheinlich auf der arbeitsfläche weil die regale weil die regale weil die regale voll sind ja okay da lassen wir erstmal hier ja richtig ist das einfach hier liegen okay 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 hattet ihr jetzt pesto gemacht liegt das hier schon im schrank noch nie ist also ich habe ein pesto rausgenommen für pasta wir können noch ein bisschen nachproduzieren wenn wir wollen nene es geht mir nur darum habt ihr welches gemacht was noch bei euch liegt macht ihr noch welches einfach nur dass ich das ich würde ich würde jetzt dieses pesto verbrauchen für pasta und dann ja dann ist es weg okay also sind hier jetzt noch 27 eine packung drin ja richtig ist also die frage ist ob wir dann noch welches machen ne braucht ihr wahrscheinlich nicht okay ja weil dann bleibt das bei 27 okay dann haben wir einmal das warum wurde das hier nachbestellt das habe ich vergessen was ich machen wollte naja ich wollte diese tasche da kurz wieder verstauen müssen dran denken dass die nach draußen gehört wobei wir haben ja eigentlich noch einen rucksack liegen wenn du magst kannst du dir auch gerade raus aus irish coffee soll ich sie dir geben enja was meinst du was meinst du wenn du magst kannst du die sporttasche wieder draußen hinter den theken verstauen okay mache ich weil wir haben hier drin einen rucksack ah ja gut bitte so okay dann bringe ich ihn wieder raus vergessen wir es auch nicht genau dann weiter weiter tüpfchen mehr tüpfchen so die nazi roten beeren paprikapulver das wäre oder fest das wäre oder ob das wäre das wäre das wäre das wäre es wäre auch Vielen Dank. So, wie läuft's? Sehr gut. Sehr schön. Ich muss nur immer mal wieder das Töpfchen nachfüllen, ne? Aber es liegt mir immer alles in so kleine Reihe. Siehst du bestimmt, was ich meine. Okay. Dann ist es recht simpel. Oh mein Gott. Was Alice Ptaxi gepostet ist, ist ja voll süß. Was denn? Das ist einfach so eine Zeichnung. Ich glaube, sind das die Mitarbeiter? Schätze ich jetzt einfach mal. Voll süß. Ach, so ein Manga-Bild oder was? Ja. Oh, cool. Ja, so süß. Cool. Und Prolapse hat auf, alles muss raus. Ja, dann weißt du ja, was du mit Betty machen kannst. Nee, du, ich habe jetzt ein Auto gekauft, jetzt muss ich immer wieder sparen. Ah, okay. Ja. Ist das, äh, Kasa offen? Ähm, ich kann dir aus, äh, sicherer Quelle sagen, dass das Kasa gegen, kurz nach vier aufmacht. Wenn du magst, wenn du magst, können wir kurz eintragen, dann mich als Fahrer? Also ich muss tatsächlich arbeiten zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist mir bewusst. Also einfach machen kann. Ach so. Ja, ihr seid doch immer zu zweit. Kurz zum Tränen. Äh, ja, es ist aber das Problem, dass ich eigentlich meinen Posten nicht verlassen darf, Schätzchen. Okay. Mein Gott, habt ihr es dringend vorzurechnen? Ja, wir dürfen ja in der Arte eigentlich nicht telefonieren. Okay. Ja, dann machen wir irgendwann. Wenn du Zeit hast, registrieren wir. Ja, alles ganz entspannt. Also wir können gleich kurz zu mir nach Hause fahren, dann gebe ich dir einen Schlüssel und dann kannst du mit dem Roller hierher fahren. Okay. Ich bin entspannt. Ich freue mich ja, dass du mir das anbietest. Naja, aber vor der Arme, ich habe immer das Gefühl, die Pflanzen buchern den voll zu. Ich parke den immer neben so einem Busch und irgendwann ist so ein Platz von dem Busch einfach oben drüber gewachsen. Die fressen den, sagst du? Ja. Der Roller voll der Efeuer oder so. Oh. Habe ich den gerade gezählt? Warte. Das sieht doch so einfach aus. Ach, ich muss die Kila Sunrise zählen. Das ist auch einfach. Möchtest du versuchen? Ich habe ja eine Reihe noch vorbereitet. Okay. Warte, ich muss dir den Topf geben, glaube ich. Wir haben nur einen, richtig? Ja, wir haben nur einen großen. Okay. 60, 60 minus 15 sind so. 55. Den nimmst du fest in die Hand. Ja. Stellst ihn auf die Herdplatte, wenn du willst. Macht Sinn, dann da drauf zu stellen. Ja. Okay, ja. Und dann einfach diese Reihe, die ich dir da vorbereitet habe, in dieser Reihenfolge. Spinat, rote Beete. Ja, ganz richtig. Einfach von oben nach unten in den Topf und am Ende noch das Buch deine Bändigen. Okay. Aber das ganze Salz? Alles. Alles, okay. No, no, Salz, sorry. Ja. Salz ist nur einmal. Warte. Nur eine Prise? Ja, Rissis, warte. So. Jetzt ist die Reihe fertig. Ach du Scheiße. Hier ist ja auch noch Olivenöl drin. Wer hat denn Olivenöl nicht richtig aufgeschrieben? Das wurde erst relativ spontan von einem Italiener uns geschenkt tatsächlich, der zumacht. Also von Al Dente bestimmt. Ja, richtig. Die waren hier und haben gesagt, ey, pass auf. Wir machen unseren Laden zu. Wir sind pleite, glaube ich, haben die sogar erzählt, was ich so gehört habe. Und die haben uns Zeug geschenkt. Warte mal. Wie viele Flaschen war, äh, wie viele kleine Kannen kriegt man nochmal? Zehn. Eine Flasche raus. Zehn Stück. Wir haben eben eine aufgemacht. Ja, acht. Äh, zwölf. Sind 120, 101. Äh, nee. 120, 130. Genau. Ja, wir haben ja eben erst eine aufgemacht. Scheiße. Das sind zehn kleine Portionchen. Äh, Olivenöl. 110. Äh, nee, 130. Hast du gesarft? Sind 230. Ja, sehr cool. Okay, pass auf. Ich nehme mal ein bisschen Pasta für den Kühlschrank mit. Mhm. Und dann müssen wir nur eine neue Reihe legen. Wir brauchen die nächsten 100 Jahre kein Olivenöl mehr, glaube ich. Ja. Und das Beste ist, es war kostenlos. Das heißt jetzt kein Sankt gekostet. Ja, ist doch cool, oder? Ich finde das cool. Ich finde das total... Wie viel Pasta haben wir denn dann jetzt? Ja, wir haben schon mal drei Paketen. Ich weiß gar nicht noch, was da noch drüber liegt. Ich glaube, da sind noch, äh, sechs Portionen. Lola. Du bist ja, äh, du, ich wollte dich mal fragen, äh, hast du jetzt sein Donnerstag irgendwas von Lola gehört? Weil ich hatte die ja Donnerstagabend zweimal angerufen, weil sie nicht da war. Von Lola? Warte, hier schreien alle in der Küche rum. Von Lola? Ja, genau. Äh, ich habe gar nichts gehört. Ich glaube, sie ist krank. Okay, weil... Sie hat irgendwie... Ja, ihr Handy ist, äh, den ganzen Tag aus. Sie hat nicht gemailt. Sie geht nie dran. Genau, deswegen... Ja. Hast du von ihr gehört, dass sie krank ist, oder? No, gar nichts. Ich habe gar nichts gehört. Ja, weil ich jetzt noch mal bis morgen warten und dann vielleicht mal am Handy nachfragen, nicht, dass hier irgendwas passiert ist, was... Ja, besser ist. Ich habe auch gar nichts gehört. Ja. Ja, vielleicht noch was einfach heute Abend war. Also, besser auch noch mal sicher, als, äh... Ja. Weißt du, bist du... Du bist ja mit dir befreundet, ne? Ja, richtig. Weißt du, ob du bei ihr in den Notfallkontaktien bist? No. Keine Ahnung. Weißt du, weißt du nicht. Okay, ja, wir können es ja einfach mal versuchen. Naja, wir können... Wir können ja... Wir können ja schlecht beim MD fragen, ey, was habt ihr in der Akte als Notfallkontakt stehen, oder? Darf man das? Äh, naja, also sagen wir so, sie können uns, glaube ich, immer sagen, ob sie im MD liegt, wenn es was Akutes ist. Okay. Weil Nancy und ich auch Arbeitgeber sind. Ich glaube, das wird gehen. Ah, okay. Die dürfte uns, wenn wir keine Notfallkontakte sind, die dürften die uns halt nur nicht sagen, worum es geht, so. Ah, okay. Ja. Ja. Ja, ich habe leider nichts gehört, tatsächlich. Nee, meldest du dich nochmal, wenn du sie hörst? Hat sie sich dich selber meldet? Natürlich. Ähm, apropos heute Abend, wann treffen wir uns? Ja, wir treffen uns, warte, lass mich mal ganz kurz reingucken. Wir treffen uns, äh, ja, 18.30, 18.45 hier. 18.30, okay. Eventuell davor, ich gehe noch ein bisschen zuhafen. Aber dann weiß ich, dass ich um 18.30 da bin. Perfekt. Okay. Bis spätestens heute Abend, ja? Okay. Ciao. So, die hat natürlich. Na gut, tschüss. Du auch. Immer. Ach ja. Wie gesagt, ich liebe dieses Bluetooth-Headset. Da sind ja auch Kohlrabi drin, die waren doch auch draußen, oder? Äh, ja, aber draußen ist, wie gesagt, voll. Soll ich die dann auch einfach zu den anderen Sachen legen, die, wenn die hier in den Schrank gehören, dann lege ich die zu den anderen Sachen vorne zur Arbeitsfläche? Also, nee, lass die, lass die ruhig da drin, das ist eigentlich kein Problem. Okay. Ja, das sieht doch schon mal besser aus mit der Pasta jetzt wieder. Mhm. Ich bereite dir gerade wieder Reihen vor. Sehr schön. Packt man Packungen mit zwölf Sachen, also zwölf, zwölf Portionen drin. Das, das ergibt für mich keinen Sinn. Ist scheiße zum Zählen, ne? Das ist sehr, ja, das ist höhere Mathematik dann. Warte mal, da sind 60 und dann nochmal 60, sind wir bei 120, 123. Wo war ich jetzt? Wenn ich in der Pharmacierinventur mache, habe ich immer mein Handy mit meiner Taschenrechner-App auf. Das ist ein guter Tipp. Okay, du kannst ein paar Reihen noch machen. Ich hole noch einen Olivenöl. Ah ja, schau mal, wie viel noch Platz ist im Kühlschrank gleich. 90 Tomaten. Welchen Platz meinst du? Im Kühlschrank. Wie viel dann noch an Pasta? Ja, okay. Da du immer dreier Portionen machst, passen jetzt noch eins, zwei, drei und vier, wenn ich eine esse. Okay. Dann passen vier. Okay. Nino, hast du Hunger? Du, gerade tatsächlich nein. Okay, der Erste, der Hunger hat, darf die Pasta haben. Ich lasse sie mal so auf der Arbeitsfläche. Okay, jetzt hatte ich hier noch gesehen. Und noch hier drin. Okay, das heißt, du brauchst im Prinzip nur noch Olivenöl. Nee, warte, du machst vier, richtig? Ich habe ja vier reingelegt. Vier mal drei Portionen, meinst du? Ich habe ja vier reingelegt, richtig? Ja. Okay. Äh, Nino, es bleibt was über. 130, 156. Aber machen wir ganz zum Schluss. Das Wasseröl bleibt übrig. Von den Pasta-Zutaten. Aber können wir ganz zum Schluss ergänzen für die Liste. 21 sind 120. Ein Flaschen Olivenöl kann ich rausnehmen. Das hattest du schon gezählt, richtig? Yes. Okay. Davon kannst du noch eine Portion abziehen. Also neun werden überbleiben. Brauchst du noch eine, eine Portion, oder was? Ja, ganz genau. Also von deiner Gesamtzahl kannst du eine abziehen. Ja, mach den Bock jetzt auch nicht, Fett. Da sind 233 Dinger da drin. Ich weiß. War ein nettes Geschenk, ey. Das ist ein bisschen mit dem Mann. Vielen Dank. Ich bin ja ein bisschen stolz auf mich. Ja, du machst das gut. Machst du sehr gut. Ja, danke. Dann, Justin, du kannst auch noch Kochlehrerin werden. No, gar nichts. Ich hab das ja, Nino und Gigi haben mir das erklärt. Ja. Und siehst du, du hast es mir erklärt, obwohl ich schon länger hier arbeite als du. Ja, so wird. Ich war schon länger hier als Nino, aber hey. Ja, aber so wird, wie es denn weitergegeben. Ist doch Sinn. So, ich glaube, wenn du die letzte Reihe gemacht hast, sind wir auch fertig. Dann müssen wir das Kram zurücklegen. Ich hätte die Flasche gar nicht aufmachen müssen, glaube ich. Oh. Na, ist egal. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir da... Ja, die sind immer so hart verschraubt, die Flaschen. Da hat man sich beim nächsten Mal wenigstens die Zeit gespart. Ja, richtig. Ja, wenn du die Reihen fertig hast, sind wir, glaube ich, auch fertig. Äh, ja. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Vielen Dank. 20. So. Okay. Sehr schön. 26. Hier Mädels, wenn ihr Bock auf Bonbons habt, hier unten im Schrank liegen Bonbons. Da könnt ihr euch immer einfach was rausnehmen, wenn ihr Lust drauf habt. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass die für uns sind. Ich reiche mal kurz vorbei. Ich habe noch ein bisschen Pasta. Ich habe noch ein bisschen Pasta. Ja, ja, alles gut. So, ich bin hier fertig. Ich würde jetzt gerade einmal draußen den Kohlschrank noch probieren, beziehungsweise einmal überprüfen. Ah, sehr schön. So. Dann ist Pasta genau richtig, richtig? Mhm. Ich glaube, das war es dann. Oder haben wir noch jetzt Platz? Ich habe noch was liegen gelassen. Nee. Warte, ich muss noch nach Pasta gucken. Ja, guck mal, perfekt voll. Zwei Reihen. Ha. Perfekt. Sehr schön. Okay. Magst du spülen und ich räume weg, weil ich habe immer zum Beispiel gespielt. Okay, mache ich. Warte, ich habe hier noch die Saftpresse für dich dann. Mhm. Also nur das, was wir gebraucht haben, nicht alles, ne? Ja, ja. Dann gebe ich dir die Saftpresse und dann freue mich den Rest jetzt zurück. Okay. Aber das muss ich Nino sagen. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, Besto kommt noch nach hier. Der Rest ist, glaube ich, woanders. Sag mal, habt ihr alle Kartoffeln verbraten? Ja. Ja. Versuch's Rettoffelsticks. Du hattest mir was geschrieben. Kannst du mir das grad noch mal sagen? Ja. Dann ergänze ich das noch. Ja. Und zwar ... Und zwar ... Woher bist du? Salz plus drei. Ja. Pesto plus drei. Ja. Mehl plus sechs. Mehl. Im Prinzip ist das die Zutatenliste für Basta. Nur Mehl braucht man doppelt so viel wie alles andere. So. Ja gut. Unterliebenöl habe ich nicht erwähnt, weil da hat sich die Zahl nicht verändert. Okay. Dann ... Vorsicht. Also ... Okay. Dicker Rucksack im Anmarsch. Okay. Ich will mich nicht auf den Weg machen, ne? Ja. Ähm ... Wir können mit Betty was unternehmen oder will sie jetzt nicht mehr oder wieder was? Äh, sie hat mir nicht geantwortet. Frechheit. Aber mich anmeckern, dass ich immer arbeite. Und wenn wir uns dann außerhalb der Arbeit treffen wollen, reagiert sie nicht oder was? Hm. Ja, ich bin da gerade bei der Pharmacy im MD vorbeischauen und ... Ja. Es würde tatsächlich auch mal im MD vorbeischauen. Kannst du mich mitnehmen? Gerne. Mhm. Ich muss noch eine Terminanfrage hinterlegen lassen. Mhm. Obwohl, kann ich das eigentlich telefonisch machen? Nee. Dass die einfach ins System schreiben, dass ich einen Termin möchte? Das geht bestimmt auch per Telefon, ne? Vielleicht. Zum Beweisen muss man gerade schauen, wie die Leitstellennummer vom MD denn ist. Hat die jemand von euch im Kopf? Hm. 922 oder war das Polizia Info? Ich hab keine Ahnung. Weißt du die ... Medical Info? Ja. Sie ... Medical Info. Ähm, die Info ist die 922. Ah, okay. Mhm. Ja, ich frage die einfach, ob ich das per Telefon machen kann. Die sollen ja nur ins System schreiben, dass mich ein Doktor anruft, wenn er Zeit hat. Das haben die ja schon mal ins System geschrieben. Ich weiß nur nicht, ob die das per Telefon annehmen. Oder ob ich dafür persönlich vorsprechen muss. Hm. Ansonsten rufst du gerade einmal an und wenn es nicht klappt, dann hole ich dich halt gerade schnell mit. Mhm. Das ist ein guter Plan. Mhm. So. Hast du alles zurückgelegt? Yes. Okay. Weil sonst fliehst du ... Ich werde gerade den Roller holen. Okay. Ja. Ja, okay. Dann, Enja, dann mache ich das mit Nino. Sie will mir ja sowieso den Roller geben und wenn das Krankenhaus sagt, ich muss vorbeikommen, dann ... Okay. Genau. Dann fahre ich jetzt los, ne? Okay. Bis später dann. Ciao. Tschüssi. Ja? Ja, wenn Betty jetzt mit mir was startet, soll ich sie ja nochmal bis heute sagen, oder? Äh, ja. Kannst du ja nochmal anschreiben. Sie hat mir jetzt nicht geantwortet in den letzten dreiviertelstunden. Okay, letzte Chance. Wer will die Pasta haben? Sonst nehme ich sie. Äh, da liegt auch noch ein Kirchsaft mit. Da holst du die Pasta. Okay. Habt ihr eigentlich die Leitstelle von der Sechson übernommen gehabt? Ne, ne? Nö. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen unsichtbar kochen. Ja. Das hat jetzt doch noch länger gedauert. Okay. Du bist, glaube ich, noch eingestempelt, ne? Ja, richtig. Wegen Kochen. Ja, ja. Ich ... Alles gut. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass du noch eingestempelt bist. Ich hab's gerade gesehen. Das ist mir voll bewusst ... Ach so. Ich hab ... Ja, ich hab ja bis gerade noch weggeräumt. Jetzt sei nicht so. Okay. Ich stempel sofort aus. Ich bin noch nicht ... Jetzt schnell. Schnell, Destina. Schnell, 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 schnell. Schnell. So. 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 Mit dem schnellen Helm. Schicker Helm. Ja, ich bin ja mit Fahrrad gekommen. Mhm. Und dann dachte ich mir, äh, nehme ich für Roller gleich mit? Sehr gut. Sehr vorsorglich. Sehr vorsorglich. Wo genau wohnst du jetzt? Soll ich dich dann abholen oder willst du dein Fahrrad hier stehen lassen? Ja, mein Fahrrad ist ja hier. Ja, richtig. Und den Helm ziehe ich gleich zum Rollerfahren an. Oder hast du auch ein Rollerhelm? Nee, tatsächlich nicht. Ja, dann musst du Fahrradhelm herhalten. Äh, krieg ich mal die bei Just Right? Bestimmt. Ja, auch und im Pfandhaus kannst du auch welche, glaub ich, kaufen. Weil meinen Radhelm hab ich von Just Right. Ich liebe ja das Auto von Enya, ne? Den will ich auch haben. Ja, ist schon ziemlich nice. Ja, den kauf ich mir auch irgendwann. Weil sie hatte mir auch einen Zweitschlüssel angeboten, aber sie braucht das Auto halt selber. Und bei dir ist es ja so, dass du den Roller nicht brauchst. Deswegen ist es, glaub ich, angenehmer auf das Rollerangebot zuzugreifen, als auf das Auto. Und der fährt sich eigentlich auch ziemlich nice. Er ist noch ein bisschen Standardfarbe, ich hab jetzt noch keine Kurve. Ja. Und es sind beides Zweisitzer, also macht es auch da keinen Unterschied. Vielleicht will Betty mir einen Zweitschlüssel von ihrem Auto geben, weil sie hat einen Viersitzer. Ansonsten, ja, das Wetter spricht für Roller oder Cabrio, aber Bettys Auto ist halt geschlossen. Und, äh, deswegen in dem Sommer ist, glaub ich, ein Roller besser. Und solange du ihn nicht brauchst, passe ich ganz gut darauf auf. Yes. Und, äh, irgendwann, ich wollte gerade sagen, irgendwann, äh, kauf ich ihn dir ab. Ah, ich glaub, dass das, das wird nicht passieren. Ich hab ihn nämlich, ach du willst, ach du willst ihn gar nicht loswerden. Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte, du brauchst ihn gar nicht mehr. Naja, das heißt gar nicht mehr. Es war halt mein Geburtstagsgeschenk. Das, was dir ist. Dementsprechend hat er jetzt einen emotionalen Wert für mich. Fast hier. Wie gesagt, ich, wie gesagt, ich passe gut drauf auf. Und wenn ich sein, und halt einfach ein bisschen flexibler unterwegs. Und der ist tatsächlich auch ziemlich flott. Und dann musst du nicht immer mit deinem Fahrrad rumgucken. Ja, richtig. Und wenn ich's, wenn ich's kaputt mache, äh, sag ich dir Punkt 1 beseit und Punkt 2 bringe ich selber zur Werkstatt. Also nicht ganz kaputt, sondern so, du weißt, was ich meine. Ein Lämmchen, eine Beule. So Sachen, die passieren halt. Ja. Und vergess nicht, ihn zwischendrin mal sauber zu machen. Natürlich. Gibt es eigentlich auch Waschanlage oder muss ich das von Hand machen? Mh, sowohl als auch. Also eine Waschanlage gibt es schon. Wo ist das? Die ist, glaube ich, bei der Yin-Yang. Ich weiß nur nicht, ob die funktioniert. Ich hab's nur noch nie gesehen. Ach so. Wie ich hier einfach zwei Autos stehen hab, ne? Aha. Du bist reich. Das ist das Schmuckstück. Du bist steinreich, Nino, offensichtlich. Zwei Autos, ein Roller. Nee, gar nicht. Wohnst du hier? Ja. Oh mein Gott, wie teuer sind hier die Wohnungen? Das ist ja direkt am Wasser, ist ja voll geil. Also du, ich muss hier hinten hin und dann hab ich hinten meinen Eingang. Aber das kostet doch bestimmt ein Vermögen, oder? 55 Dollar zahle ich. Wirklich? Oh mein Gott. Kann ich's denn mal sehen? In der Wohnung? Klar. Sieh. Weil ich habe eigentlich... Die Aussicht ist da hinten auch ziemlich geil, aber mir geht dieser lange Weg hier immer auf den Keks. Ja, das Ding ist, ich wollte ja eigentlich ursprünglich an die Vespucci Kanäle. Das heißt, ich träume schon davon, am Wasser zu wohnen. Und 55, weil bei Vespucci Kanäle wollten sie 150 am Tag. 55 ist ja... Das kann man machen, wenn man dann direkt am Wasser wohnt. Weil dann würde ich mal bei... Deswegen habe ich das Drachenbootfest auch direkt gesehen, weil ich hier direkt auf die Fahrschule gucke. Ja, mega. Weil dann würde ich mir das mal notieren und wenn ich dann mal wirklich ans Wasser ziehen würde, dann würde ich bei DINERS die anfragen. Ach krass, und hier sind... Hier sind die Briefkästen? Ja, und hier die Treppe hoch. Hier sind auch die Briefkästen? Ah, okay. Ja. Boah, voll schick. Da hab ich meine Geburtstagsparty gefeiert. Das ist voll schick. Du kannst ja meinen Nachnamen, richtig? Äh... Ja. Hab's diesen, ist vergessen. Gott ist seinem Glück allein. Boah, mein Gott, du zahlst 55, wird das? Ja. Mit wem hast du geslafen? Mit niemandem. Das ist mein Badezimmer. Die Miete ist ja scheiße billig. Weißt du, wie klein mein Kabuf ist für 40? Ey, ohne Witz! Ähm... Wir bei der Badewanne haben die hier oben so einen Duschkopf dran gemacht, dass du trotzdem duschen kannst. Hinter dir ist meine eigene Waschmaschine. Ähm... Du hast fünfmal so viel Platz oder sechs oder zehnmal so viel Platz wie ich und zahlst nur 15 Dollar mehr. Ähm... Ja. Das kann doch nicht sein! Meine Küche ist in einem wundervollen Kackbraun. Ach du Scheiße! Was hast du, eine riesen Wohnung? Ähm... Lagerraum hast du hier unten im Küchenschrank. Du hast den Kühlschrank. Der ist, äh, relativ gefüllt. Ähm... Hier ist eine wundervolle Tür. Die haben ja nämlich meinen Balkon zugemauert. Ah! Eigentlich hat dieser Wohnungsschnitt noch einen Balkon, aber die haben mir meinen zugemauert. Okay. Äh... Ich hab hier einen Schrank und hinten meine Kommode. Ach du Scheiße! Für 55! Weißt du noch, wie dieser Wohnungsstil heißt? Die haben ja diese Kategorien bei Dynastie. Äh... Das ist der... Äh... Heißt der nicht? Urban Classic? Naja, die haben... Die unterteilen das ja in diese komischen Kategorien. Also, meins ist Homely zum Beispiel. Ja, ist Urban Classic. Urban Classic. Okay. Das... Das... Das schreibt... Und die gibt's wirklich überall. Also, Del Perro, Downtown, Great Ocean Highway, Little Soul, Palito Bay, Sandy Shores, South East, West Putschi, Weinwood. Mhm. Ne, weil... 70 Quadratmeter und Zahlen. 70! Zwischen 24 bis 108 Dollar. Für alle Personen. Also, je nach Standort. Ja, dann guck mal bitte bei Mini mal, wie viel bei... Bei Home, die... Weißt du, wo JT wohnt? Ja, natürlich. Ich wohne im selben Block. Wir sind Nachbarinnen. Ach so. Ja, okay. Da gibt's genau die gleichen Wohnungen. Ein Kumpel von mir hat nämlich auch die Wohnung und der wohnt, ähm, links am Pool. Ah, okay. Hm. Und was zahlt er? Weißt du was? Ich möchte nicht hetzen, aber... Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Weißt du denn, was dein Kumpel zahlt? Äh, ich glaube 45. Ne. Doch. Der zahlt 5 Dollar mehr und hat 15 mal so viel Platz? Vielleicht auch 55. Ich bin mir unsicher, was er zahlt. Das ist doch verarschen. Äh, ich bin mir echt unsicher. Ja, aber selbst für 55 ist das geschenkt. Das stimmt. Also, das ist mindestens siebenmal mehr Platz, als ich hab. Dann frage ich bei Dunas die, ob die im selben Block, äh, diesen Wohnungsstil haben. Tatsächlich so viel wie bei euch da in dem Block im Moment los ist, glaube ich, ist da keine Wohnung gerade frei. Ja, dann sollen die mir schreiben, wenn genau in dem Block eine Wohnung frei wird. Die angel ich mir. Für 55? Natürlich. Tatsächlich musst du aber da bedenken, also abends ist das Licht in dieser Wohnung grauenhaft. Ja, ist bei meiner Wohnung auch so. Ist sogar tagsüber grauenhaft. Das große Licht ist jetzt einfach komplett kaputt. Ja, ich würde mir wünschen, dass das Licht kaputt ist. Also, da bist du manchmal blind. Bei mir ist das nicht absolut kaputt. Ich hab nur im Schlafzimmer und im Bad Licht. Der Rest ist mit Kerzen und, äh, Stehlampe. So, also, das ist dein Roller. Ich müsste, wenn ich mich nicht täusche, ähm, ne, Handschuhfach hab ich jetzt nicht. Hab ich hier im Sitz? Ja, genau. Hier ist bis zum 31.08. noch ein Verbandskasten mit drin. Sehr gut. Hast du ein Warnweste? Hast du nicht? Okay. Nö. Hab ich nicht. Ja, ist okay. Gut. Äh, ja, dann habe ich einmal für dich, äh, Fatscho. Das müsste dieser hier sein. Bitteschön. Ähm, machst du das so, dass du das Kennzeichen draufstehen lässt? Weil ich mach das eigentlich im Prinzip so, dass ich meinen Schlüsseln anderen Namen gebe, damit die Leute nicht direkt wissen, was sie klauen müssen, wenn sie mir den Schlüssel klauen. Äh, ja, verstehst du, was ich meine? Also ich würde... Ja, richtig. Ich hab tatsächlich alles im Moment noch dran, äh, draufhängen. Also so ein Zettelchen dran. Okay. Ja, ich würde das Zettelchen... Ich hab noch keinen richtigen Schlüsselbund. Ich muss mir noch einen Schlüsselbund zulegen. Mhm. Probier mal, ob das der richtige Schlüssel war, grad. Ja. Perfekt. Sieht gut aus. Okay. Na dann. Viel Spaß. Und was auch, die sieht ganz schön los, ne? Ja, wie gesagt, ich, äh, passe... Das ist klott. Ich, ich, ich werde es sehr, äh, wie sagt man, pfleglich behandeln. Und mit meinem Leben verteidigen. So wünsche ich mir das. Ja, richtig. Perfekt. Wir müssen dann nur demnächst mal diesen Fahrer-Eintrag machen, wenn du Zeit hast. Ja, ja, das können wir auf jeden Fall machen, das ist kein Problem. Ja, dann sind wir beide, glaube ich, auf sichere Seite, ne? Weil, dann sehen die Polizier das auch im System, ne? Wenn die mich anhalten. Ja. Dass ich das fahren darf. Tatsächlich, mit dem Roller wirst du seltenst angehalten. Wenn du einfach dich an die Vorschriften hältst und nicht über das Stopp Schild fährst, wenn die Polizei dabei ist, ist das kein Problem. Ja. So. Ich muss aber jetzt tatsächlich los. Natürlich. Danke. Vielen Dank. Ja, wie. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Dynastie-Notiz habe ich auch. Dann Modeschau-Event, hat er gesagt, 1830. Das sind zweieinhalb Stunden. Mm-mm. Mm-mm. Das sind zweieinhalb Stunden. Das sind zweieinhalb Stunden. Ja, dann... Ich würde sagen... Das sind zweieinhalb Stunden. Die Tankfühlung war nicht mehr drin, oder was? Ich muss mir gerade mal klar machen, wo ich bin. Ach, das ist Butschi. Gegenüber ist ja die Fahrschule. Na ja, so viel Anzug hat er jetzt auch nicht. Aber die Straße ist ja die Hölle, allein mit den Stoppschildern, ne? Ja, so viel Anzug hat er. 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 Und auch noch 50 gelten. Und jetzt war ich so weit rechts wie geht, weil ich bin ja sehr langsam. Ja, so viel Anzug hat er. Ja. 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 So, was habe ich an Bördergeld bei? 40. Das ist nicht gut. Ähm. Ich muss den Nino gerade mal texten, ob der... Diesel- oder Benzin tankt. Fudge, jo. Wie ist das? Wie ist das? Ja. Wie ist das? Ja. Wie ist das? Ja. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, was ich tanken muss. Ich habe eine Frage. 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 Ein schönen Tag für euch. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Okay. 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 Dann Konto. Benzin. 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 Vielen Dank. 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 Ach herrje, ich habe zwei Post. So, erstmal wird jetzt diese hässliche Scheiße ausgezogen. Das ist die erste Anzahntung. Woher passiert hier erst mal gar nichts. So, so, so... So, so, so... So, 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 so... Ich würde sagen... So, 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 so... So, 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 so sehen. Hallo, das ist Tina. Ich wollte dir einfach mal ein paar herzlich Grüße senden. Wer ist ich? Wer ist ich? Von Betty. Ja, vergesst es zu unterschreiben. Ich lieb's. Schön. Nee. Betty, Anna. Das muss ich mir aufschreiben. Das Highlight. 3,50. 0,3,50. Das ist so gut. Oh, Mann, ey. Ich gehe aufschreiben. Okay? Hier ist blaiera. ich habe jetzt geschrieben ich habe den brief gelesen kurz zuschneiden habe ich bis 18 30 ich war einmal auf das schon königlich ich dachte ich habe zwei briefe und dann ist das war ich wer ist ich und dann kommt der zweite und werde ich ja vergesst zu unterschreiben so pancakes einmal pasta ich glaube die pancakes werde ich dann nicht mehr brauchen heute in die im wohnzimmer liegen lassen die enya hat das spielen besser ausgespielt hat den topf in die hand genommen aber ich hatte ja beim ersten mal als ich es gemacht habe keinen ich glaube ich hätte die pfanne in die hand nehmen können ja gut aber so lernt man dazu wie man seine rp noch mehr verbessern kann aber jetzt erst mal oben Vielen Dank. 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 So... Das ist... Warum... Die ist... ... 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 Vielen Dank. Ich bin kurz auf der Toilette. Ist offen. Okay. Die müssen dann hier hinten im Schrank sein. Da haben wir vier Modelle. Halbschale? Genau. Das ist für Roller? Genau. Dann probiere ich es hier kurz an. Okay. Vielleicht doch ein Motorradhelm. Habt ihr ein Motorrad? Nee, ein Motorradhelm haben wir nicht. Sei so. Na, die passen nicht. Ähm, ja. Es hat einen sehr eigenwilligen Haar, ne? Ja, ja. Wir haben leider nur diese Helme. Okay. Dann muss ich es mit einem Fahrradhelm hoffen zu überleben. Ich hab ja schon ein Fahrradhelm von euch. Ja gut, okay. Alles klar. Ja gut. Also ich meine, wie schnell fährt man mit Roller? Schon schneller als Fahrrad, aber... Schon schnell. Ja, richtig. Weißt du, wo man ein Motorradhelm kriegt? Äh, bei Two Wheels und Eagle Motors. Okay. Ich hab von beiden noch nie gehört, aber gracias. Ja, klar. Two Wheels und Eagle. Genau. Ich gucke mal. Gracias. Guten Tag, viel Erfolg. Ja, so einen Tag noch. Ja, so einen Tag noch. Ja, so einen Tag noch. Vielen Dank. 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 No. Ja. Okay. Ja. 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 können wir das zusammen machen ja wenn das ein b2b ding ist ja krass ja ansonsten sagt einfach ist ja dies unterstützt durch weil wir dürfen es verkaufen wir sprechen uns damit flaschen weißt ob das wir es gibt günstiger kriegen und dann ich gucke noch mal den profil von flaschen da steht aber nichts hier steht privatkundinnen können den flexiblen lieferdienst nutzen oder hauseigenen liquor store besuchen also verkaufen die auch an privat die flasche kostet hat sich okay das heißt du kriegst ja aus einem flasche ungefähr sechs gläser raus ist sechs gläser also sechs dollar pro cocktail kommen ja noch ja hier herstellungsbeziehungsweise mitarbeiterkosten ist ja auch nur eine kleine pauschale und die gewinnspann ist tatsächlich nicht mehr so ja aber bei mir geht es ja nicht um gewinnen bei mir geht es ja einfach ich weiß aber um die zu erklären warum wir sie von der karte genommen ach so das was der ist sonst ich habe das was dann denn sonst müsste man den preis erhöhen und so viel wollen die leute dann vielleicht nicht mehr zahlen das ist genau das was der ist gerade gucken in meinem blog habe ich auch die weil ich das analog gemacht die liste wie viel genau einkaufspreis und wie viel für das verkauf und es ist ja sowas hat sich auch in ihrem system das hat mich an mein bbl studium erinnert ich habe das in meinem blog stehen wenn ihr schon auf dem event soll ich dann die leitstelle wieder nehmen falls eine bestellung reinkommt ja ich meine auch nicht jetzt so gut ok und jetzt ist sehen ja ach du scheiße nicht mehr ja natürlich rechnet sich nicht ach du sei es das aber ganz schön erhöhung ist denn so beliebt ist die nachfrage so explodiert also und wir wollen alle der wenigen gasten wird haben wir ändern diese preise nicht wo jetzt aufgucken müssen sobald jetzt endlich bei jetzt mit neuen lizenzen kriegen was ja hoffentlich ist nicht bei der freien wird da ist ja immer nur ein monat in lizenz ja gut aber es spricht ja nichts dagegen dann ist der amt wieder nur scheiße langsam warte mal ich muss ich bin noch gerade an notiztreiben ich kann gleich noch mal ja ich hab was ich habe hier meine meine notizen als ich teil eingestellt habe laut die meinte doch es ändert sich nur die lizenz das ist eine farmlizenz das kannst du mit unserer behaupten ich vergleiche nicht mal ansatzweise wegen patties sie hat gesagt patties hat sie noch nicht sie hat gesagt farm hat sie bisher ja wir werden sehen was bei uns drin steht aber großartig also das haben wir letztes jahr auch gedacht und dann haben die uns mit den ganzen preisänderungen und allem alles über den haufen gehauen dreimal ja aber so gravierend war es jetzt auch nicht dann erinnere ich mich besser an die stunden die ich da saß vor der tabelle und hin und her gerechnet habe ich habe die tabelle gerade hier auf meinem blog nicht die tabelle gerade hatte die digital also ich weiß nicht ob wir von der gleichen tabelle reden wo ich jedes einzelne produkt jedes einzelne rezept und jedes einzelne erzeugnis quasi durchgerechnet habe mit den preisen die sich schon vor geändert haben hast du jetzt zu essen ja ich habe tatsächlich nur ein loli bei ich glaube davon wirst du nicht satt aber darauf kannst du schön lutschen da kommt jemand ich habe keine ahnung wie das ist ich habe nicht ich habe noch aufgeöffnet noch ihr habt auf telefon ich habe bei live ich habe weil ich habe hier ich sage immer live in weder bei venture die ganzen benachrichtigungen bekommen hier ja ich bin noch ein fan von salis ja aber ich kriege halt jedes mal ein push benachrichtigung und das ist praktisch ja das ja das ist du kriegst halt sofort mit wenn ein laden aufmacht ja wenn man irgendwas braucht kann man fan werden ja richtig ist ja richtig ist aber das die liste ist total witzig 14 uhr 4 telefonisch 14 33 geöffnet 15 24 telefonisch 15 24 geöffnet 15 24 telefonisch als wenn ihr euch nicht einig wart irgendjemand hat da rum gespielt ja das sieht sehr lustig aus in den benachrichtigungen also man kriegt dann im prinzip jede statusänderung mit ich hoffe ich habe nicht viele fans aber kriegst du das jetzt mit was denn? bist du schon fertig? ich habe jetzt ein paar mal hin und her geschaltet hast du auf akzeptieren gedrückt? muss ich aber akzeptieren drücken das ist nur so ein Doktor umring ja stimmt ja warte 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 venture live vier benachrichtigungen 17 uhr 6 geöffnet telefonisch geöffnet telefonisch ok das nächste mal wenn ich was von dir will dann mache ich das da drüber das ist ja richtig witzig nein mach auf damit ja ich wollte gerade sagen die denken wahrscheinlich alle fans denken gerade was geht da ab was ist falsch mit euch aber wo sieht man denn ich guck nochmal auf unternehmen profil venture buddies venture box nur das müsste ja über sites gehen also man abonniert ja auch über sites da steht nur venture hits da steht nicht wie viele fans also steht nur wie oft wurde die seite besucht ja 321 sag ich mal sehe ich mehr aber das steht leider nicht wie viele fans aber eine bewertung von 4,5 bei 32 votes erstmal hoch pushen 4,5 ist so wenig ja mach mach ich kann auch ich kann ich kann ein fan von cellys werden finde ich super ja toll dann kriegst du auf dem mitarbeiteraccount die statushänderungen mit bitte nicht bitte lass das da kann man ja schon wieder die scheiße machen es ist ja schon wieder nicht gut dass ich sowas weiß also es hilft halt wirklich wenn man wirklich so wirklich manchen unternehmen auf was wartet ja richtig ja oder einfach wirklich direkt mitbekommen möchte weil man klickt ja öfter im prinzip auf venture live als auf venture sites ja obwohl ich habe mir das mittlerweile angebunden dass ich auf und zu in sites reingucke um zu sehen was offen hat tatsächlich ja aber so deine lieblingsgeschichten kriegst du halt sofort mit in der minute wo sie aufmachen ja ja ich muss mal meine ich muss das mal wie untersprechen sie den ganzen sätzen ja meine leute die ich folge weil ich habe auch ich glaube ich habe ja das passt da drin sind da auch wenn ich mich dann mal wieder mit meinem privataccount einlogger auch mal ebenso 200 noch was nachrichtigungen ja gut dann hast du wahrscheinlich lange nicht mehr benachrichtigungen angeklickt du musst es nur einmal anklicken dann geht es auf null also du musst die nicht wirklich alle lesen ja ja ich überlege gerade ob ich irgendwen da rein machen möchte ja im prinzip alles wo du gerne bist ja bringt halt noch nichts wenn er jetzt nie mit ihrem privataccount online ist genauso wie nicht wie ich bin also wenn du was von mir willst du hast du ja vielleicht antworte ich dir in drei monaten ok ach apropos ich guck mal in unserer project green mails oh ja hanna kumann hätte ich wieder bin angeworben 30.000 für ein motorrad ja das ist auch so ein ding ich suche gerade einen motorradhelm deswegen habe ich den beiden motorradhändlern jetzt auch eben gefolgt ja die nino hat mir ihren roller ausgeliehen die braucht den aktuell gar nicht und ich denke mir so ein fahrradhelm wird mein leben nicht retten und die rollerhelme von just ride die sind scheiße die passen mir nicht ja richtig keine telefonnummer so ich gucke jetzt noch mal klein anzeigen also nicht dass ich jetzt dringend einen roller bräuchte weil nino braucht den halt wirklich gar nicht die hat inzwischen zwei autos hast du noch zwei ja richtig deswegen mal gucken ich glaube das ist das was ein jahr gekauft hat dieses ist sie das ist wahrscheinlich genau die senora die den verkauft hat weil sie sagte hat gestern gekauft hat der ist so toll ich möchte den auch haben ist die cabrio ich glaube neu kostet der 12.000 ja der ist relativ günstig ja aber der ist total süß ja der passt zu dir ja richtig sehe ich mich auch drin aber 12.000 ist ein ansagen doch ja ich habe jetzt mal beim md angerufen die meinten man muss da persönlich hingehen natürlich und dann wenn du auf der kontaktliste bist können sie sagen ob sie da ist oder nicht und wenn nicht dann können sie dir gleich sagen soll ich noch ein pd angerufen die meinten ja dass sie sich den namen aufschreiben und wenn sie die irgendwie nach verkehrskontrolle oder sonst wo treffen oder auch im md dass sie ihr dann sagen dürfen dass sie sich bei mir melden soll oder beim sedys melden soll aber mehr konnte ich jetzt nicht tun also ich habe sie quasi in anführungsstrichen es gibt eine ganze liste ich dachte man kann nur einen notfallkontakt hinterlegen ja 5 ja genau das wollen wir so ansprechen wir würden das gerne haben dass unsere mitarbeiter einen von uns auch in die notfallkontaktliste mit ausnehmen ja ich habe bis jetzt nur gg ja wenn ich noch mehr machen kann nehme ich euch auch einen gar kein problem also es reicht wenn du einen von uns mit rein nimmst dass wir nicht so viele plätze zu belegen weil ich wenn ich bescheid weiß was jetzt die bescheidung umgekehrt aber weil ihr euch nie trennt sagst du klebt ja aneinander wir wohnen zusammen wir arbeiten zusammen ok ja ok ja gut wenn du dann auch uns bescheidst ja aber wahrscheinlich muss ich das auch persönlich machen ja ach die sind doch alles persönlich ich war da jetzt sagen ich musste aber auch hin tatsächlich weil ich war meine ich weiß gar nicht mehr wie ich alles tun habe ja dann lass uns noch kurz hinfahren ja habt ihr ein präferenz wenn ich reinsetzen soll oder ist einer beleidigt wenn ich den anderen nehme mir ist es nämlich auch scheißegal also an sich würde ich jetzt sagen weil die hat auch mich drin dass die mitarbeiter mich rein machen ok weil dann haben wir es dann wissen wir immer wer wen hat gut dann fahr ich mal eben mit ok bis gleich bis gleich ich bin jetzt vorher noch ne ich bin schon schick angezogen und dann dachte ich mir boah ist das so warm ich muss erst heute abend schick sein weil wir sind ja auch im Geburtstag von einem sehr 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 guten Freund von Nancy ach ihr seid gar nicht bei EventBike ja wir sind dabei bis 9 ungefähr dann kommt Eddie dazu damit ihr nicht ganz alleine seid aber ja und dann habt ihr Geburtstag ok ja genau na cool wenn was ist könnt ihr mich anrufen ok wieder Open End ich hab ein bisschen Angst aber leider aber ne das ist wie lange habt ihr gestern noch gemacht ich glaub wir sind um eins hier raus gab noch eine Massenschlägerei auf dem Parkplatz ach du scheiße ja warum passiert immer so viel Kriminalität bei euch letztens Überfall jetzt Liggerei ja komm dann musst du aber darf ich oder du musst fahren oder ich krieg dein Auto zu fahren komm mal hochgelaufen ich hab sonst keinen vierer Nutzer bis gleich kann ich machen ist mir egal ich kann auch hinten hinsitzen und die Augen zu machen wie ist das also ne wieso ich das ja weil ich bin kaputt vor der Sonne liegen und schwimmen ich würde jetzt auch ein Schwäbchen machen ich kann fahren ok bis gleich ja Eddie will auch mit wir nehmen Eddie's Auto weil ich hab noch den Leihwagen ja aber wenn du die Augen schließen möchtest ich kann fahren ja das war ja gerade Eddie praktisch willst du fahren willst du mein Auto fahren ich so ist mir egal kann ich machen weil ich weiß dass Eddie nicht gerne fährt keine Ahnung ich kann fahren ja musst du Eddie fahren der Dominator ist von Eddie das ist Buffalo das ist kein Dominator aber der ist cool ja natürlich wenn ich fahren darf ich wir fahren Eddie willst du das Dina fahren lassen die hätte Bock mega das ist ein cooler Auto wenn ich darf musst du nur Motor anmachen ja aber sie gibt eben den Schlüssel ja das ist unnötig das reicht wenn sie den Motor anmacht wir müssen aber noch tanken ich würde selber noch zur Tankstelle fahren also das ne cool dann können wir machen ein Buffalo voll cool der ist echt geil ja erstmal über den Highway jagen würde ich sagen ja mega aber ich glaube ich weiß immer noch nicht wie man auf diese Tankstelle richtig fährt ja eigentlich muss also ich habe jetzt herausgefunden oder mir gedacht dass man eigentlich gerade ausrichtung selbst und dann von der Seite drauf fahren muss wenn man vom Service kommt theoretisch Straßenverkehrsordnung her so ich gucke mal kurz auf mein Handy ach das bringt gar nichts mit dem Highway das ist ja nur geradeaus nee du kannst es gleich hier schon kurz auf dem Highway ist tatsächlich kürzer nur gar nichts das geht einfach nur geradeaus hier hoch die Straße wo wir drauf gucken nein 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 okay das ist vor der Umweg wirklich ja hinter uns da bist du viel schneller weil du schneller fahren darfst also die Strecke an sich ist länger aber weil du schneller fahren darfst bist du schneller da wenn du über den Highway fährst also hinter uns quasi dann das ist nur das ist den Ausfahrt okay das habe ich genau so okay dann kannst du jetzt mit Eddie tauschen geil also ich dachte ihr tauscht einfach also gibt Schlüssel ach das ist doch das ist doch unnötig ich brauche doch kein Schlüssel ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche jetzt was du wenigstens noch mal links see das cool ne wir hatten geilen Motor ja es war es American muscle sehr schön wenn ich es jetzt mal aufmachen bitte 90 ich habe Spaß ich habe gerade richtig Spaß ich muss nicht mal den Corsiter fahren lassen wenn du bei 90 schon freust genau hier ist ja krass ist ja die Siesta wort hallo hallo hallöchen bei dem Wonderland ja äh wir wissen nicht für was also uns wohl gesagt wir machen Getränke achso achso ja 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 ne klar macht Sinn aber das hat uns tatsächlich nicht kommuniziert und nur gesagt Tränke mitnehmen ja genau wir werden uns hauptsächlich auf die Cocktails und ein paar alkoholfrei also wenn du willst können wir dir Bier und äh ähm wie heißt ihr habt ja eher auch so Shots ne und dann wir wie heißt που ist ja du Dann mach du zuerst. Ich kann ruhig ein bisschen näher treten. Hallöchen. Es hat dasselbe, einen Notfallkontakt ergänzen und eine Terminanfrage. Okay, dann stellen sich beide Damen mit den blauen Haaren einmal hinten an. Das dachte ich mir, das dachte ich mir. Aber danke. 31,50 Behandlungsraum. 22,50 Behandlungsraum. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also auch ohne Zweigerechtsentbindung. Ich weiß nicht, ob ich das dazu sagen muss. Ja, das ist immer gut für uns. Also ohne Auskunft, nur, dass ich da bin, ja? Ja. Und dann habe ich noch eine Nachbarin. Das ist eine Frau Betty Lewis. L-E-W-I-S. Ja, dann einmal die Nummer von der Frau Durst. Das ist richtig. 688-009. Okay. Werde verfolgt von der Arbeit, das ist einfach nur schrecklich. Ja, es war es. 688-009. Genau. Ja, da gehen doch nicht alles mit. Auch mit, also mit Datenschutz entsprechend. Ja. Und dann wollte ich noch eine Terminanfrage hinterlassen. Ja. Da frage ich mal, wie die Kollegen, ob die Sprechzeit für mich haben. Und zwar auch wieder für Bonnie Lexing, Dr. Bonnie. Die Blutergebnisse sind inzwischen da, aber sie hat sich nicht mehr gemeldet, deswegen, ich weiß nicht, dass wir dann nochmal einen Termin vereinbaren können. Sie weiß, worum es geht. Oder müssen Sie das dazu schreiben? Um welchen Fachbereich geht es denn? Na, wie nennt man den? Transsexualität? Keine Ahnung. Es geht, es geht namentlich um Östrogensalber. Okay. Ja, richtig. Ich trage das ein. Ich denke mal, Frau Lexing weiß dann aber bei dem Fall schon Bescheid, wenn Sie sagen. Ja, wir haben es schon mal gesprochen. Sie hat erstmal einen Bluttest gemacht, den Ergebnissen sind ja inzwischen gekommen und jetzt wollten wir im Prinzip ändern von Pielen auf Salber umstellen. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal eine Beratung machen, beziehungsweise ich weiß auch nicht, ob man dafür ein Rezept braucht oder so. Würden Sie mir nochmal Ihre Telefonnummer sagen? Ja, natürlich. Dennis, 155, 139, 356. Okay. Ab wann können wir Sie denn erreichen? Unter der Woche ab 17 Uhr. Okay. Sie. Okay. Gracias. Sehr gerne. Ja, einen schönen Tag noch für Sie, ey. Ja, Ihnen auch. Fertis. Sehr gut. Ich muss aber gleich nochmal mit Hunter quatschen. Okay. Dann gehe ich auf Toiletten. Ich mach das. Ich muss dich es. Genau. Ja. three doctors im, Nichts. Ich habe kaftet. Ich muss mich nicht sonst jak voller. Ja. So, kurz rauchen. 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 Ja, kurz rauchen. So. Senor, fünf Minuten. Ja, ja, das muss ja alles deine Richtigkeit haben. Ach, mein Gott. Ich habe heute schon den Safe-Zone-Haufen stundenweise gekocht. Dafür war ich eingestempelt. Das ist okay. Okay. Ja, natürlich. Ich finde ganz gut, dass ich das nicht bei beiden Läden machen muss. Dass ihr hier eigenen Leute in Küche habt. Ja, wir haben gemerkt, dass das getrennt besser ist. Ja, natürlich. Außerdem können wir jetzt auch Leuten einen Arbeitsplatz bieten, die abends keine Zeit haben. Ja, richtig. Das ist eigentlich ganz cool. Ich meine, ich kann ja mal gucken, wie lange ich da war. Zwei Stunden. Ja, das nutzt sich. Ich habe den schon weggebracht. Ah, okay. Ja, zwei Stunden. Ja. Ja, das nutzt sich doch. Aber bei Safe-Zone ist es halt auch wirklich übersichtlicher. Ja, klar. Ja, wir haben halt tatsächlich einfach unfassbar viele Kunden für die 24-7-Produkte. Ihr habt zwar auch Bestellungen, aber halt nicht so viele wie wir. Wir haben halt auch noch Kooperationen in diverse Richtungen und so. Wir sind da halt ein bisschen aktiver gewesen. Ja, ich meine nur, wenn ich hier den ganzen Cocktail-Karteling zusammen mischen müsste und alles kochen, das ist schon gut, dass das getrennt ist. Ja, also mit den Cocktails und dem Essen, das ist ja sowieso gedacht dafür, dass das eigentlich die Servicekräfte in der Shift auffüllen, wenn mal nichts los ist. Aber wenn das richtig wäre, so wie gestern, dann beauftragen wir halt auch die Küchenkräfte damit, was zu machen, was hat mich ja jetzt auch gestern gemacht. Ich habe einen, also ich habe einen. Bei 600 Beach habe ich aufgehört, bei Mojito muss weitergemacht werden. Mojito, wie viele denn? Äh, 30. Das ist ja 30 für einen, bei einem würde ich sagen. Ja, wie viele hast du denn? Ready? Ich habe gar kein Mojito. Okay, ah, okay. 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 Was soll ich es nennen? Äh, warte. Ich dachte, Nancy hat voll den Oberblick mit dem Handy. Ja, das Ding ist halt, das war ja das Problem. Es können halt nicht so viele Leute am Kühlschrank stehen. Du hast jetzt Mojito und du sagst, wo du aufhörst. Und, Destina, du kannst schon mal die Magavitas, glaube ich, mitnehmen. Okay. Ja, wenn sie jetzt kurz wartet, kannst du direkt bei Caipirinha weitermachen, weil ich nehme jetzt von Gin Tonic nicht 30 mit, sondern einfach nur eine Reihe. Okay. Okay, dann fange ich es bei Caipir an. Okay, wie vielen? Also eine Reihe. Eine Reihe immer? Okay. Also 30 Stück dann. Ja. Also wenn das mal weniger sind als 30, dann muss ich es ja jetzt sagen, damit sie das eintragen kann. Okay. Äh. Okay. So, Himbeer, Margarita. Ich nehme direkt mal 60, sie ist das gespürt. Und Erdbeermargarita. Okay. Bis Erdbeermargarita ist durch. Obwohl, ja, eine ganze Reihe ist, habe ich es sonst nicht mehr. Ich komme wieder. Ich habe den Tropical und der Piss vom Fruity nicht genug. 30. Also ich habe jetzt den Tropical und, also 30 Tropical, 60, sie ist das Piss und vom Fruity haben wir nicht genug. Da haben wir nur 24 Stück. Ich muss das langsam ansagen, sonst muss ich das aufschreiben. Oh Gott, eines Tages, ne? Wirklich. Hola. Hola. Grüßen dich, wie geht denn dir? Äh, ganz okay, denke ich. Schön, sehr schön. Sag mal, hast du schon eigentlich jetzt gekocht gehabt in der Safe-Serie? Ja, richtig. Ah, okay, alles klar. Genau, äh, die Enya und ich haben gekocht und Nino hat danach noch ein Inventor gemacht. Mhm, alles klar. Okay. Okay. Ja. Ja, ich darf eines. Ich darf nicht fertig. Hola. Hola. Oh, das ist ein hübschen Jacken. Dankeschön. Ist dir, ist dir galt? Äh, nee, aber tatsächlich, guck mal, das Oberteil hat einen anderen Schwarzton als die Hose und das macht nicht fertig. Ah, okay, ist was denn. Wie geht denn dir? Aber im Vergleich, gerade im Vergleich zum Rosa, dann wirkt das Oberteil dunkler und dadurch passt das wieder zusammen. Ah, slow. Mhm. Du bist heute so schwarz angezogen, das kenne ich nicht von dir. Ich hatte keine Lust auf Weiß. Ah. Wird durchsichtig, wenn man schwitzt. Beuen sich alle anderen. Ja, nur ich nicht. Ach, deswegen wollte ich tatsächlich mir, weißt du, die Hosen, die ich mir in so gelb und in rosa geholt hatte, bei Bettas. Ich würde gerade mal nichts rausnehmen, dass wir Nancy kurz vergeben. Ich warte. Küsschen hast du, äh, 60 Stück. Danke. Gut. Okay. Wo sind wir jetzt? Das Problem ist, wir haben nicht genug Fruity Loop. Da fehlt uns was, bis wir 30 haben. Okay, wie viel hast du denn eingepackt? Ich habe noch gar nichts eingepackt, aber im Kühlschrank sind gerade mal 24. Ansonsten mache ich kurz welchen. Das ist noch das Beringste der Probleme. Also wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Ja, Apple hat schon vorgeschlagen, dass sie es macht. Ja, dann, äh, los. Ja, los. Ja, los. Danke. Danke dir. Ja, dann, äh. Mango Maracuja hatte ich jetzt noch nicht. Die Reihe ist noch voll. Dann kannst du da 30 auch nochmal vernehmen. Dann nehme ich den Fruity Loop jetzt aber nochmal raus, weil sonst wissen wir nicht, dass wir ihn schon haben. Gut. Ich kann den nehmen. Also es müssen noch ein Sechserpack gemacht werden. Ja, das macht, äh. Ja, ich weiß. Dann, ich nehme Fruity Loop einfach mit. Äh, ja, aber sonst warte, bis die fertig sind. Dann kannst du direkt die 30 zusammen mitnehmen, damit wir den Überblick behalten. Weißt du? Hm. Ich hätte jetzt ein Paket reingelegt, damit die Reihenfolge wieder stimmt. Die haben wir ja nichts mehr. Das ist ja das Problem. Nein, weißt du, was ich meine? Dass die Reihenfolge im LKW stimmt. Ähm, ach so, ja, das müssen wir dann alles mitnehmen, weil der nicht in LKW gesagt hast. So, ja, sie siehst du. Ja, oder lassen wir mal LKW schon voll? Ne, da ist jetzt noch eine Reihe und wenn der Margarita der dritte noch reinkommt, dann ist dann bräuchte ich noch ein bisschen Platz für die Rucksäcke. Ich wollte gerade sagen. Dann können wir den Rest doch mit... Oder wir müssen den... Ja, jetzt, wir müssen den Speedo auch noch mitnehmen. Ich kann auch den Speedo noch schnell herholen. Wenn wir die Margarita da jetzt noch reintun, können wir den restlichen in Speedo packen. Ja, dann mache ich nur Mango, Maracuja, Margarita. Ja, einmal, oder? Ja, mit dem hat ich... Weil ich sagen muss, wir hatten ja jetzt eine Zusammenarbeit, ne? Ja, jetzt, wir müssen die Margarita da jetzt noch reinkommt. Ja, jetzt, wir müssen die Margarita da jetzt noch reinkommt. Ja, jetzt, wir müssen die Margarita da jetzt noch reinkommt. Vielen Dank. Ja, weil das, wir haben gesagt, wir nehmen doch nur 30 mit, weil wir glauben, dass jetzt hier viel mehr Alkohol getrunken wird, wie bei LST, weil bei LST waren ja viele im Dienst und konnten halt kein Alkohol trinken, deswegen ging der so gut weg. Also letzte Reihe, letzte Reihe Rucksäcke, ja? Ja. Okay. Achso, müsst ihr brauchen, achso, kommt jetzt noch was in den Speedo? Nein, 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 nein. Ah, okay. Oh, Tequila, was nehmen wir noch mit Wodka? Äh, nee, nur Tequila, Energy und Bier, alles andere nimmt, äh, wir haben das, wir sind ja mit, äh... Ja, und Energy und Tequila habt ihr? Ja, hab ich. Bist du im Rucksack rein? Okay, soll ich noch was in meinen Rucksack packen? Der ist leer. Äh, du kannst für uns noch ein bisschen Wasser und Essen mitnehmen. Okay. Obwohl, nee, 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 wir holen was bei den anderen Ständen, das geht alles auf Rechnung von Warehouse, ich würde sagen, unterstützen die anderen Astros. Dann ist der blaue, okay, sind die anderen Rucksäcke voll? Ja. Dann schiebe ich dir, dann, wir nehmen die blauen wieder zurück mit in die Küche, wir brauchen nicht vier Rucksäcke mit, das macht keinen Sinn. Okay, dann... Kannst du meinen auch mitnehmen, dass wir, äh, in einmal rüber, ja? Ja, natürlich. Dankeschön. Dann pack ich 90. Wasser ein, dann sind sie gut. Ach ja. Ja, ich würde sagen, wir brauchen nicht vier Rucksäcke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, dann kommen Sie kurz vorbei. Ich wäre in so drei Minuten da. Ach, Eppel. Ja, ich habe die ganzen Firmen abgetelefoniert hier, dass sie mal endlich mal liefern. Scheinbar kommen jetzt die Rückrufe. Ah, cool. Ach, ich muss kurz los, wenn ich in... Wer liefert? Lusttropfen. Lusttropfen? Ach, aber ich tust du auch, wenn du dich hast? Umgekehrt? Nennst du dich Tequila? Okay. Machst du? Mhm. Tequila. Okay. Also nicht so gut, aber mehr als ein Benzen voll würde ich nicht machen, weil wir nehmen auf jeden Fall was zurück und wenn dann was bei der alkoholfreien Leer geht, dann bietet ja, wenn es keines hier ist, dass Chris halt mehr gibt, dann bietet die halt Tropical oder... Ja, alles gut. ...oder Foodie Loop an. C. Haben wir, haben wir diesmal eine Karte, also können wir das schon hochbringen, oder? Alle Cocktails. Alle Cocktails. Nein, ich meine die Schnurzelkarte vor dem Kühlschrank. Äh, ja, wir können das, wir kriegen die, wir kriegen die, also meinst du, sollen wir da sein, ich denke mal, dass wir die dann vor Ort kriegen. Ich meine, die können auch gerne nochmal... Ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben die die jetzt schon, dann können wir schon mal vorbereiten. Ja, müssen wir ja nicht, das reicht, wenn du neunst so, dann geht erst 19.30 los, dass das... Ach so! Also, rein? Aventure Stand 19 bis 22? Ne, 19 Uhr sollen wir da sein und 19.30 Uhr geht's für die Besucher erst noch. Oder war das das Casting? Da war noch... Das war das Casting. Ah, das kann sein. Ja, ne, das ist diesmal eingeplant mit Räumzeit, das ist diesmal gut organisiert diesmal, nicht so wie das Drachenboot. Ah, okay. Wir haben uns voll gestresst. Also Getränkekarte haben wir jetzt komplett, sehe ich das richtig? Ja. Äh, nee, Moment. Nur eine Cocktailkarte. Cocktailkarte, ja, ja. Wir haben Cocktailkarte. Wir haben Cocktailkarte. Wir haben Cocktailkarte, Tequila, Energy und Bier. Okay. Äh, 18.30 Uhr, wenn wir hochkommen. Okay. Aber warum so früh? Es geht doch erst 19.30 Uhr los. No, ihr habt am 24.06. von 19 bis 22 Uhr Zeit. Dann hat der uns Scheiße erzählt in der Mail. Also das gilt für die, das ist die Werbung für die Models. Ja, für die Models. Die Models sind von 19 bis 22 Uhr. Also die Models sind uns egal. In der Mail steht, wir können um 19 Uhr hochfahren, um 19.30 Uhr erwarten die die ersten Gäste. Aber ich bin ehrlich, ich hätte das gerne früher schon... Denkst du, wir brauchen eine halbe Stunde zum Einladen? No, was fertig ist, ist fertig. Genau, was fertig ist, ist fertig. Ja, aber es sind dann auch alle Mitarbeiter eine halbe Stunde früher eingestempelt. Und das, also nichts für Unruh, das geht halt auch ins Zellys-Konto rein. Also nichts gegen, ne, die Zilliasi ist nicht doof gemeint. Wer sagt, dass wir uns einstempeln, um auszuladen? Ja, aber dann müssten wir auch alle wieder runterfahren. Aber du, der Chef kann... Du hast jetzt ein Problem damit, dass wir eine halbe Stunde früher hochfahren. Ja, ich habe eine Stunde, ich habe eine Stunde da rumzustehen. Und zweitens, ja, es ist halt... Warum? Kulschrank voll machen, Kulschrank abschließen, wegfahren. Also ich muss mich dafür nicht einstempeln. Okay. Ja, und dann mach das so. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß halt nicht, was wir... Also warum wir es nicht einfach damit verbinden, wenn wir dann eh da oben sind, dass wir das machen und dann sowieso da oben bleiben. Weil ich Sorge habe, dass wenn es um... Wenn um 19.30 Uhr schon die ersten Gäste da sein sollen, dass wir in den Stress kommen. Ja, wir haben bei dem Drachenboot, äh, zehn Minuten bevor es losging, wieder ausgeladen. Das war auch easy. Ja, aber das war nicht so viel. Das war kein Benson, das war ein Speedo. Ja, beim LST, ja. Gut. Ja, ist okay. Dann machen wir eine Stunde vorher und stehen uns da ein bisschen lieber in den Loch. Wie... Hunter... Ich glaube, der versteht die Logik nicht. Ich möchte einfach... Wir müssen nicht da oben rumstehen. Wenn wir ausgeladen haben, müssen wir nicht da bleiben. Ja, erstens das und zweitens ist es ja... Wir haben halt einfach weniger Stress. Ja, richtig. Also, ich habe auch keinen Stress, weil ich brauche keine halbe Stunde. Also, ich kann euch in zehn Minuten gehen, wenn sie auch alleine ausladen. Und wir sind zu viert oder dann zu fünft mit Angel. Ach, apropos Angel, das ist ein guter Hinweis. Ich habe noch ihre Hose. Was? Ja, sie hat mir doch diese weiße Shorts ausgeliehen. Okay. Das war, bevor wir wussten, dass es wieder Uniform gibt. Ach so. Mit identischem Bikini-Oberteil und identische Hosen und so. Ach so, es gab identische Hosen auch noch? Ja, natürlich. Was habe ich denn? Wir haben die ganz normalen Sully's Hosen getragen. Ach so, ach so, das meintest du. Ja, ja. Ja, jetzt habe ich... Ja, ja, ja. Ich hatte jetzt noch welche geholt gehabt oder so. No, no. Wir hatten von Nancy nur die Bikinis. Das hat mir gereicht. Ja, richtig. Ja, dann würde ich noch eben die Hose mitnehmen, damit ich das Angel geben kann. Und dann können wir meinetwegen schon hochfahren. Ja. Okay. Ja, unten und hinten, ne? Äh, 18.30 Uhr hochfahren. Ja. Okay. Dann bis nachher. Und ich komme um 20.30 Uhr nach. Ja. Ich wollte gerade deine Hose holen. Meine Hose? Ja, die habe ich doch noch. Äh, jemand bist du sicher, dass du meine Hose hast, Mann? Äh, okay. Vielleicht nicht. Dann habe ich dich verwechselt. Ey, Mann, also ich bin Grin, so. Ich weiß ja nicht, wenn du gerade so was sagst. Dann habe ich dich, nur ich habe dich verwechselt. Du siehst, jemand ist ja ähnlich. Ja, aber du kannst mir auch gerne Hose geben. Nolo. Nolo. Okay, ciao. Saga, bye. Und? Vielen Dank. 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 Oho, 64. Woopsie. So abgeschlossen ist. Vielen Dank. Hola. 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 Einer von denen. 70 oder so. 70 oder so. Ja, genau. Ja, alles gut. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. so ein liebe ja sollte ich jetzt mitnehmen war ist er hat den roller extra bereitgestellt ich dachte falls du zwei ihr habt ja vorne nur zwei sitze falls du die brauchst du würdest mit mir lkw fahren okay ja ich wusste ja nicht wie folger ist deswegen sonst wäre ich mit dem roller hinterher okay ja dann ja sonst wäre ich mit dem roller hinterher unser auto ist fertig natürlich weißt du weißt du wie das ist mit vortrag ich habe das gefühl die vorschule wollte mich verarschen weil diese weil ich bei meiner fahrprüfung erklärt haben weil die bei der fahrprüfung erklärt haben weil ich ich habe halt so locker flockig mit der fahrlehrerin so geredet und ich habe gesagt ich arbeite gastro und da gibt es füttrag die stars ananas und am ende sagte sie dafür bräuchte ich einen kleinen lkw schein für 1000 dollar und gg hat geschrieben der autoführerschein ist in ordnung jetzt weiß ich nicht der rest hat ja deswegen ich habe das gefühl die fahrschule wollte mir nur einen fahr einen führerschein andrehen auf der anderen seite ist ja schon die meinten die haben so ein die meinten die haben so einen kleinen lkw schein für mule und food truck und so einen großen lkw schein für sowas hier ja aber das ist ja ein langer truck der ist ist ja nicht nur hoch der ist noch nicht so lang oder ich habe keine ahnung ja ich frage ab wann ist ja ich weiß es halt auch nicht ach das heißt ja was ist das denn business ohne jahre sind business ne busses da steht bus ok ich habe sie nicht gesehen dann waren wir kurz ein bus ja ich weiß nicht die war so total überzeugt dass pkw reicht ja eigentlich glaube ich dass auch wie gesagt vielleicht wollten sie mir ja vielleicht ja vielleicht wollten sie mir tatsächlich hat ein führer sein andrehen ich meine die verdienen ja daran auch ja ich weiß es nicht ich kann einen anwalt fragen ich habe nur mal von anwalt ja ich glaube nicht dass er von mir geld verlangt wenn ich frage immer hier so fuhrtrag welche führerschein klasse oder meinst du der schreibt dafür für eine rechnung für die auskunft ja interessant ich war noch gar nicht hier oben ich wusste wo es ist aber ich habe es noch nicht gesehen wo wir hin müssen das toni hallöchen hola kurz einmal runterfahren zu dem parkplatz ja noch mal kurz die scheibe runter hier bitteschön vielen lieben dank also auch den parkplatz kommen dann gleich zu euch und zeigt euch ja dann frage ich den anwalt mal ja ja wenn wir ausgeladen ja okay dann ja okay ich wollte gerade sagen hier ist ein garage wahrscheinlich ist es irgendwo dahinten links naja runter meinte er wahrscheinlich nur diesen kleinen hügel hier und hier ist der parkplatz vielleicht ist das irgendwo dahinten ja ich stelle mich mal neben die hübsche rote muhle und dann er hat doch gesagt er kommt rum und zeigt uns wohin oder ja ja genau ich werde jetzt erstmal hier stehen okay aber da sind auch Leute okay das sind aber opi das ist opi das opi shirt hier da vorne wo die absperrer bänder sind da durchgehen und dann tritt hoch da könnt ihr dann euer stand wisst ihr schon wo euer stand ist ne aber Toni kommt gleich okay alles klar ah super dann passt das ja ich finde das auch super mit der absprache wie das eben geklappt hat richtig nice ja ja so wünschen wir uns das eigentlich auch immer weil dann ist das für alle am angenehmsten ja eben ich habe ja versucht Genkis anzurufen aber leider ist Genki nicht rangegangen sonst hätte ich auch noch was mit denen abgesprochen also nachgefragt ja ja deswegen aber ja ich finde das gut so definitiv wir waren ein bisschen erstanden dass ihr kein Bier mitnehmen wolltet weil ich dachte das ist so das was euch so ja ja aber wir haben ja also uns wurde halt gesagt wir sind halt die Business gut Bier kann man auch Business aber ich finde Whisky und Dings eigentlich schon ganz gut ja das stimmt ja und wir haben dann auch noch jetzt Wodka noch mitgenommen und das passt schon ja gut sehr schön alles klar gut dann euch viel Spaß und bis zum nächsten ja okay dann einmal mir nach okay ist der Zug? ich weiß es nicht ich hab ich hab ja nicht angefasst den Schlüssel jetzt ist der Zug ne mit dem LKW habe ich nichts zu tun den Schlüssel das ich ganz in Ruhe na gut der ist auf deine Schlüsselkarte mit angemeldet ja aber ich darf den ja nicht fahren also nein das ist richtig richtig äh apropos und Toni du warst auch gerne in der Fahrschule ne? Gott ja ich hab eine Frage so schwack ne? ja richtig darf man den äh braucht man den für den LKW Führer scheinen? nein ich wollte grad sagen den darf man doch so fahren oder? ja okay hier hast du deine Antwort okay also LKW ist alles ab Mule oder ab Benson und hat sich auch sicher nichts geändert in letzter Zeit? weit ich weiß nicht okay also dann müsste ich auch gerne ja habt ihr das schon gesehen hier? nein kann man nicht deswegen das jetzt von mir oh wow voll schön oh das ist schon sehr cool äh genau das direkt bei uns ist wenn es der Laufsteg aha ja wow ist da eine Glasscheibe drauf? wow ok das ist geil man kann ich geh mal wow zeig mal was ok das ist cool ok das ist richtig geil touchy genau ähm euer Stand ist der links da drüben aha bitte geh mal kurz da rüber und schau mal ob deine Schlüsselkarte funktioniert ich bin gleich für dich da jawohl äh wer geht der dann über die Beta oder? ja hat der auch gemacht wenn er das darf dürfen wir das auch wir haben die Schule hehehe hehehe ach zeig's ja hey ah das ist clever mit den Containern das ist so cool mein Theorie ist immer noch das wird ein Shopping-Mall ja aber hat's nicht mehr Sinn ne warte ich guck mal ob meine Schlüsselkarte warum haben wir nen Herd? wir sind doch gar nicht mit Essen da naja besser haben als und nicht brauchen als andersrum ich hoffe sehr schön und groß genug na sehr schön super dann lass ich die mal auf und wir äh na gut ja noch können die ja noch können die ja nix klauen außer den Feuerlösser das ist richtig hier ist auch niemand also ne ich glaube hier ist auch niemand der nicht da hier sein darf ok ja Security ist noch nicht da ne hola hola so so den Betty trägt mich jetzt auch bei ihr als Notfallkontakt ein sehr gut ich hab ihr das direkt geschrieben ich habe dich eingetragen und äh du musst unbedingt zum Krankenhaus das machen das ist das kann Leben retten ich 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 weiß das ja richtig also zumindest dann kriegt man jemand mit wenn Entschuldigung alles gut wir sind hochgefahren ich nimm den Resten gut gut ich nimm den Resten und ich fange ich würde sagen oben oder ich fange unten an und oben und wir treffen uns in Mitte ich hab dir in den Rucksack ist schon was also in meinem ist zumindest was drin meiner ist voll naja voll voll ist was anderes ja ich fange unten an du machst es schon natürlich komm mal kurz ich hab irgendwas früheres mit dem Auto nicht was was nicht stimmt hat alles mit der Schuze gedaukt? äh ja ja die 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 ja aber wir haben nur eine richtig das ist richtig genau jetzt nur ein ok alles klar dann muss ich wieder weiter ich war so beim einräumen das jahrs das jahrs ok aber warum wann von welchem geld von dem tulip den ich verkauft habe ich wusste aber bei Felgen tatsächlich nicht mehr sicher welche wir uns ausgesucht hatten aber ich fand die cool und die stoßstange die motorhaube doppelte auspuffenden ich habe jetzt erzählt ich hätte das auto reingefahren deswegen hätte das aber cool ja das ist gut aus sehr schön fast 58 ja die felgen haben 1000 dollar gekostet ach du scheiße felgen hast du auch gemacht motorhaube frontschuhstange hier die belüfter hier ja das habe ich schon gesehen diese striche ja gut bei vielen autos ist motor hinten vor allem sportwagens aber so ist ein ganz anderes auto jetzt ne ja er sieht jetzt noch böser aus wie heißt denn kor sita ok ich soll mal diese app ich kenne mich mit autos so nicht aus ja genau guck dir guck dir immer serie an und vergleichs habe ich gerade auch gemacht als ich bei bennys war ja das muss ich aber auch mal machen wie er normal aussieht kor sita ok lampadati ah ist ein italiener genau bei den felgen habe ich mich ein bisschen an den serienfelgen orientiert aber ich finde die geiler ok 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 das sind halt rennfelgen ne cool sehr cool hübsch ich muss sagen vorher war er eleganter jetzt ist er böse ja aber böse ist cool mhm also der spoiler fehlt jetzt halt definitiv im spoiler wird dann richtig krass ja 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 spoiler vor allem damit er ein bisschen mehr Aufschung hat ne du merkst das schon an dem Windeinschiebern hier durch die Durchlüftung echt du musst nur beim Bremsen jetzt ein bisschen aufpassen und bei den bürger steigen weil der jetzt halt niedriger liegt vorne ne noch niedriger juhu ok ne aber es geht ja gut ja geil ja cool ich dachte grad kurz da wär ich dachte kurz du pfeifert mich ja ich wollte euch ja auch verarschen ja deswegen ja gut ich bin grad nicht hingekommen und eigentlich bräuchte Netsi sagen im Auto komm mal her und guck mal hin aber Netsi hat direkt wieder aufgelegt ja sicher ja sicher hab ihn falsch gemacht wenn nur reparieren und auf einmal Tuningteile dranschrauben was für Idiotas naja naja ja richtigs kommst der Fan nimm auch ein du kannst was in die Hand nehmen noch gerne wir haben noch einen dritten Rucksack echt? ja sicher doch ich glaub es so oder? hast du nicht beide mit in die Küche wieder genommen? ach ist es ne dann ist ja warte ich trag sowas warte warte mach du mal bitte die Mule ist so nah dran ja das Problem hatte ich auch ja ein bisschen noch eh obwohl ich schmeiß einfach ein bisschen Essen in die Ecke dann kann ichs mehr nehmen ja das ist gut wir müssen eh zweimal oder dreimal gehen ja ja warte sag mir wenn du fertig bist jetzt ok dafür teure das ist sehr viel okay das ist sehr viel einfach aber das ist nicht dass wir sind auf der anderen seite ganz links das in der mitte ist übrigens der laufsteak die haben über das wasserglas gemacht wie cool ist das bitte da ist glas über dem wasser das ist der laufsteak das cool ich sag ja das wird ein shopping mall ich bin da überzeugt von erste ganz links so ein hässliches holzding und die anderen haben so ein cooles schwarzes mit beleuchtung ich glaube 20 essen blau ist trinken also ich habe unten angefangen ich würde auch mich unten orientieren ja ich packe den energy schon mal nach ganz oben alles andere ich würde bier energy und nachtschicht nach ganz oben packen und tequila aber dass die sachen sind die nicht cocktail sind dann kann man sich das als service gut merken dass das die sind die man noch extra anbieten kann dann kommen die nach oben ich schiebe lieber später nach oben damit die reihenfolge richtig ist weil ich habe ja generell ganz unten angefangen hast du die alkoholfreien oder was hat das ja richtig das würde ich tatsächlich als nächstes tun hat man das so ein bisschen mit dem dann einfach zusammen dann schmeißt du rein und ich sortiere hoch okay dann schmeiß ich jetzt auch einfach ein dann können wir dann gib mir mal deinen rucksack und dann kannst du in der zeit sortieren und mein rucksack ist leer ich habe nur noch ein paar magretas ja aber hunter hat doch keinen rucksack ja deswegen ja ja kann auch weiter kisten tragen nein hier ach so warte jetzt habe ich warte nein wollte ich zum sortieren nehmen jetzt ohne rucksack wird aber ätzend ja ohne aber was ist doch die sache wir haben so viel zeit du kannst doch eine reihe in die hand nehmen oder eben pack doch die sachen und die du so hast doch einfach hier irgendwo auf der tk also diesmal haben wir auch mehr platz als bei drachen fest wir können auch die rucksäcke in die hand nehmen oder ja dann kannst du rüber laufen noch gar nicht ach alles gut einfach über den blumenkasten am besten und dann ja oder so das ist ja schon richtig krass das cool oder das ist so cool das ist ja unfassbar das ist so cool der laufstück er ist genial dankeschön wir müssen sehen wenn es dunkel ist okay okay eine haben wir sonnen dürfen wer zweite haben wollte wenn ihr die zweite brauchen ja also eigentlich wären drei die jahre tatsächlich weil wir nachher drei servicekräfte hier und zu einem meiner kollegin geben und alle mir es hat auch ausweis dabei wenn sie brauchen aber ich bin stolz dass ich jetzt ein habe jetzt wollte ich jetzt wollte ich ihn benutzen ja ich finde auch gut noch einfach an dem zwischen den essen ich habe keine ahnung die genießen ist ich habe gerade gehört auf telefon ok ist da das ging die platz heraus ja ob die leute kenne ich tatsächlich ein paar inzwischen also opi war ich schon ein 1 2 mal genki war ich tatsächlich noch nie und kenne ich auch nicht schade schließt jetzt auch aber wunderschöner war nämlich sehr oft wenn wir mal hatten und so date mäßig mal was machen wollten ja die klappe habe ich bedacht so ich fange wieder unten an ich hatte gedacht wir hätten die reihenfolge in dem track schon richtig aber naja eines tages lerne ich das nein ich bin das einfacher bei dem event wenn du weißt du hast alle cocktails dabei und alle alkoholfreien das kann man sich merken finde ich aber wenn du dann noch tequila bier und energie dabei hast würde ich die halt nach oben packen weil das hier sind die noch so extra sind weißt du die einem schnell aus dem das war jetzt so meine idee dahinter er macht sie ich verstehe den aber ich glaube deine frau besteht auf die reihenfolge ja ja diese mysteriöse reihenfolge die nur sie kennt ja ich habe ja auch geld zurückbekommen weil ich vergessen habe datum einzutragen ja genau ja das aber das ist tatsächlich das ist das muss wir müsste jedes unternehmen machen wirklich ist ja ja müssen dass der verwendungsweck muss immer der bestellungsbegriff sein weißt du damit es nachvollziehbar ist ach so geld ausgegeben haben okay das ist halt wichtig na gut prüfung durch das mufak haben das ministry of finance and commerce ganz leute dann muss das alles stimmen ach warte karton ja 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 karton weil ich glaube ich noch einen kannst du zusammenfalten ja aber sie ist sehr offiziell aus ja wir sind ja nachher noch auf dem geburtstag eingeladen und ja hier können wir halt auch also jetzt kommen halt viele hohe tiere so die heiße das sei die ja ganz von aus millionärs club mitten in weinwood so jetzt nicht aber wir werden wahrscheinlich ein paar leute kommen die was aus sich halten manchmal ist es dann von vorteil wenn man als geschäftsführung erkennbar ist natürlich einfach ein bisschen marketing strategie natürlich also ich habe mich jetzt nicht getraut die zu fragen hier von cyprus ja aber ich bin überzeugt das wird ein shopping mall ja ich denke also wenn also ich denke wenn es also es wird ja änderungen geben was die geschäfts was die kleinungsgeschäfte angeht ist ja klar wenn jetzt alles aus dem sortiment nehmen was gerade da ist ja aber die machen ja auch die filialen zu ja ich glaube das ist teilweise nur ja also tricks hat definitiv den ganzen laden leer also die haben gesagt wir machen zu okay ja manche sagen aber zum beispiel auch bloß hat ja nicht gesagt sie suchen ja mitarbeiter das heißt sie machen definitiv nicht zu okay also ja aber vielleicht wechselt tricks einfach den standort jetzt hier nach hier ja ich kann mich nicht vorstellen weil die bisher hat das handhaus immer sehr drauf geachtet das alles so ein bisschen verteilt ist und deswegen kann ich nicht vorstellen dass sie einen standpunkt mit allem machen also weiß ich nicht ja nicht mit allen aber so ein paar kleidung geschäfte paar gastro vielleicht ein friseur sowas was man in einem shopping mall halt erwartet naja werden sehen ich bin also ich bin gespannt ich kann ich weiß ich kann es mir noch nicht vorstellen was es wird ich bleib bei meinen teorie ich lasse mich auch gerne vom gegenteil überzeugen wie wir dann sehen ja ja wir müssen noch einmal ich glaube wir müssen auch tatsächlich nur noch einmal gehen ja noch einmal also würde ich denke ich auch ich kann auch einmal mitgehen dann passt das so was ich hoffe ich kenne deine mysteriöse reihenfolge noch nicht weil ich genau die margaritas so in dem abstand gepackt hatte wo ich dachte das kommt jetzt genau dazwischen passen ja und das sieht doch gut aus was ist halt auch noch was im bünzen willst du dann naja wir müssen uns ja auch umziehen ich komme mit ausladen ja und dann fährst du mit wir haben jetzt übrigens drei strüsselkarten ja und ich habe auch schon eine verswenden sagt er natürlich ich wollte noch sagen ob der kühlschrank zu ist nur einen moment ich sehe den rucksack noch kurz ab definitiv nur einmal laufen dass man nicht dass auch die ausladen was wir noch machen müssen sondern den rest wir müssen jetzt besprechen wie es weitergeht also einer von uns beiden fährt runter und wir fahren von der treppe und dann fahren wir auf den lautstuhl führt und zwei hier ja damit sind wir bei zehn hallo 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 damit sind wir bei zehn so und die teilen wir jetzt einmal auf der rechte war links war von einer fährt dass sie da runter ja und dann fahren dass sie wieder hoch entweder holen wir sie ab oder ich weiß nicht oder ich habe ja natürlich ich habe den roller doch noch da aber wir ziehen uns um und stempel uns ein und so was ja dann nehme ich endlich mit auf den roller kein problem ich muss dann nur mein essen retten ja aber es muss nur noch einer ausladen ich habe gerade sagen am besten jahre ist natürlich hat sie auch vergessen die bürden verwendet sich auszustimmen das ist sehr viel schlimmer oha die drei stunden von uns noch bezahlt für nicht arbeiten das ist nicht so gut oha ich überleg dir wenn sie noch mal um zu packen weil ich stehe halt nicht auf dem parkplatz ne so ja dann packt ihr ihn gleich noch in der ecke oder so gut dann bisschen was uns runterfahren natürlich bis gleich jetzt war ich mit ist das ist das daniels karre ja ja dann war ein stückchen vor es geht nach oben auf ja das ist doch kein problem nach oben ist kein problem zur seite aber dann hast du auch ein kratzer aber nach oben ist ja gar kein problem zur seite hätte ich das nicht geschafft jetzt war ich auch mit dem wilden auto ja schon ich hatte auch sehr viel spaß buffalo zu fahren ja natürlich so viel ps unterm arsch macht spaß auf vier rädern auf zwei rädern hat mir das nicht gefallen dieses scheiß fahrschulmotorrad anstatt dass sie den wanderweg nehmen bei uns hast du den gesehen ach so ja ja auch die straße die zum cellys führt da gibt es einen wanderweg ja ja da kann man auch so kurz sind ja richtig ist und stattdessen laufen die hier wo die autos fahren aber ich glaube das kennen ich glaube das kennt einfach fast niemand diesen wanderweg ich weiß da ist auch nur ein ganz kleiner mini parkplatz davor wieder auf das schlaglöchern und jetzt wo der noch tiefer ist ja das kann ich auch machen ja ich muss ja immer die quatschen wegen dem zurück überweisen müssen also ok rein und wo ich natürlich auch einstellen wenn man jetzt sich das nicht macht telefonen Hi, wo bist du? Vielen Dank. Ja, ich muss mich aber auch nur umziehen und so. Ja, ja, machen wir. Okay. Ja, ich muss mich aber auch nur umziehen. Ja, ich muss mich aber auch nur umziehen. Ja, ich muss mich aber auch nur umziehen. Ich muss mich mal streamen und ändern den Titel und mach sofort weiter, damit es einen Cut gibt.